Hallo, ich bin der Franz Füß aus Wien. Ihr kennt mich nicht vom Avant-Buch Diebe und Laien, das alles das Jahr herausgekommen ist. Und ich wünsche viel Spaß bei den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 136 eurer Comic-Cookies, eurem Comic-Podcast, den ihr einmal im Monat lauschen könnt. Und dann habt ihr das Vergnügen, unseren lieblichen Stimmen dabei zuzuhören, wie wir uns über Comics unterhalten. Auch das machen wir heute wieder. Diesmal nur zu dritt und deshalb begrüße ich Breedstorm und Patrick Meunsen. Ahoi. Salud. Ich bin der Andi und wenn ihr euch schon wundert, es gibt auch immer zwei von uns, dann ist das so, dass der andere Andi an dieser Stelle heute leider aus terminlichen Gründen nicht mit dabei sein konnte. Was dafür gesorgt hat, dass wir heute einfach individuell super duper viele Comics vorstellen wollen. Wir haben richtig was am Start und uns auch was für die CCA überlegt, was genau das ist. Also die CCA und was wir uns da überlegt haben. Dazu kommen wir gleich. Zunächst erst einmal müssen wir hier eine Menge Veranstaltungen abklappern, denn wir waren alle reihrum auf verschiedenen Comic-Veranstaltungen, die die letzten Tage im Rhein-Main-Gebiet stattgefunden haben. Und dazu wollen wir euch natürlich einen Kurzeindruck geben. Lieber Breedstorm, dich hat es wohl hingeschlagen, wo Comic, würde man sagen, vielleicht gar keine große Rolle spielt, aber vielleicht mehr als auf anderen Veranstaltern, wo man es definitiv erwarten würde. Oder wo warst du denn? Ja, ich war jetzt zum ersten Mal seit 2019 wieder auf dem Bukon in Dreieich. Das ist ein zur Buchmesse parallel laufende Konvent, wo es um Fantastik geht, also Horror, Science-Fiction und Fantasy in Romanformen. Und natürlich gibt es da mit vielen Comic-Fans eine Schnittmenge, aber wir haben zum Beispiel auch auf dieser Veranstaltung die Verleihung des Goldenen Stefan von unserem Podcast-Kollegen von der nerdig-niveauvolle Trash-Talk von Philipp, nämlich. Der jährlich jetzt schon den Goldenen Stefan dort verleiht und ja, die Veranstaltung wird immer größer, die Beteiligung auch. Und das hat eine Besonderheit, das ist nämlich ein reiner Publikumspreis. Das heißt, es wird darüber abgestimmt, was zu den Besten zählt. Da gibt es so eine Vorrunde und dann kann man in der Endrunde dann für seinen Lieblingscomic dann voten. Wir haben das ja auch schon beworben im Vorfeld und ja, also es ist ein alter Bekannter von uns geworden, der beliebteste Comic. Und zwar ist das Runa, der Webcomic, den wir schon mal besprochen hatten und du hattest da ja auch ein Interview geführt, nicht wahr? Das stimmt ja, vor einiger Zeit habe ich mit den zwei von den drei Leuten hinter dem Podcast ein Interview geführt beim Tele-Stammtisch. Könnt ihr gerne mal reinhören, das ist die Ausgabe 83, Interview mit Dane Rahlmeier oder Dane, glaube ich, war das. Und der hat ausgiebig erzählt, wie der Sachstand war, wie es zur Zusammenarbeit kam und so. Und das war ein schönes Gespräch, bleibt da gerne noch ein Stück länger dran, denn im Anschluss gibt es dann noch das Gespräch mit der Iris Heist, die die Galerie E.O. Plauen leitet. Auch das Gespräch ist gar nicht schlecht geworden und ich fand den Runa damals, glaube ich, ganz gut. Das war ein kurzweiliger Abenteuer, vielleicht sogar fast Action-Comic. Also ja, auch für eine jüngere Zielgruppe, aber auch ich konnte für mich da genug draus quasi ziehen. Du kennst den nicht zufällig inhaltlich, oder, Breedsome? Doch, ich habe den damals auch gelesen, ja. Also mir hat das auch gut gefallen, ist peppig gezeichnet, also da kann man durchaus Spaß mit haben. Und, also ich finde es gut, dass die gewonnen haben, ist natürlich dadurch, dass es ein Web-Comic ist, gibt es natürlich bei so einer Publikumsabstimmung gewisse Vorteile, weil, also da geht es ja wirklich darum, wie viele von meinen Lesern kann ich motivieren, um da abzustimmen? Und in der Vorrunde wurden natürlich alle möglichen Comics genannt, wo ich mich manchmal frage, so, keine Ahnung, Wolverine 45, Batman 37 oder ich denke dann immer so, Alter, wie soll ich das auseinanderhalten? Und so, ne, also, also es war dann schon, war dann schon sehr klar Panini, Splitter, Crosscult da drin. Und, ja, aber, wie gesagt, wie viel demokratischer als das willst du es machen, als dass du sagst, nennt, was ihr wollt, stimmt dafür ab, was ihr wollt. Und, ja, da reichen halt auch manchmal, in manchen Kategorien hat man gesehen, auch schon wenige Stimmen, um da relativ weit nach vorne zu kommen. Also, wer da am besten mobilisieren kann, der kann dann einen goldenen Stefan gewinnen, tatsächlich. Ich hab den Comic tatsächlich auch gelesen, fand den wirklich sehr, sehr schön gezeichnet, also, vor allem optisch, es war ein sehr, sehr kurzweiliger Abenteuer-Comic. Und, ja, es freut mich, dass der gewonnen hat, eben, dass man etwas gewonnen hat, das noch nicht so eine große IP hat und sich gegen Batman und Co. dann durchsetzen kann. Ja, find ich schön. Und auch unser Steffen fand den sehr, sehr schön. Also, der hat das nach deinem Interview dann gelesen und war auch richtig, richtig positiv angetan von. Ach, wie schön. Ja, also, ihr merkt schon, Publikumspreise, da ist es, glaube ich, immer so ein bisschen, ne, wer da jetzt letztlich gewinnt, ob das die sind, die größte Community reaktivieren können oder halt eben auch wirklich der beste Comic. Aber hier in dem Fall scheint es auf jeden Fall was zu sein, was wir alle ganz gern gelesen haben. Wir gratulieren an der Stelle auf jeden Fall den Gewinnenden und bedanken uns auch nochmal für das Engagement vom Veranstalter, hier von Nerds gegen Stefan. Das ist schon echt toll, was der Philipp da am Start hat. Und wir hoffen, dass da noch viele weitere Auszeichnungen, auch im Comic-Bereich, auf uns zukommen. Oder etwa nicht. Ja, und trotzdem, die Buchhorn selbst ist ja eher nicht so Comicschwerpunktmäßig. Hast du aber auch für dich als, ich sag mal, Genre-Buch-Fan auch genug mitnehmen können? Ja, definitiv. Da sind jede Stunde, sind, glaube ich, sieben oder acht Panels angesetzt, wo man sich Lesungen angucken kann, Workshops, Diskussionen, wie bringe ich mir mehr Diversität in die Literatur und ähnliches reinbringen kann. Also da gibt es jede Menge zu entdecken. Und ja, ansonsten natürlich die übliche Verkaufsmesse, wo man sehr, sehr nah an beliebter Autorinnen und Autoren rankommen kann, sich Sachen signieren lassen kann. Ist immer eine sehr gelungene Veranstaltung. Vielen Dank dafür. Lieber Patrick, wir waren auch Wochenende bei der ein oder anderen Veranstaltung in Frankfurt am Main. Hier findet aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch statt die Frankfurter Buchmesse 2023. Dann gab es das Cozy-Festival. Dann gab es ein Kindercomic-Lesung-Mini-Festival vom Yippie, also von Jakob Hoffmann. Und dann gab es noch, das sind eine Signierstunde, hatten wir noch? Eine Signierstunde im T3, genau. Erzähl mal von der Signierstunde erstmal, da war ich nämlich... Also ja, Paper Toon, für den Verlag hast du ja auch ein Interview geführt mit einem gewissen Michael Schuster. Den habe ich da auch getroffen. Die Künstlerinnen, Fupin und Orangy, die waren jetzt im T3 vor Ort. Und zwar jetzt relativ ungewöhnlich für eine Signierstunde im T3. Da mussten jetzt sogar Leute draußen warten, weil der Ansturm so groß war, dass da nicht alle in den Laden gepasst hätten. Man muss dazu sagen, das T3 hat noch einen Spiele-Shop nebendran, wo schon extra mehr Leute reingepasst hätten. Und selbst da war der Ansturm wirklich sehr, sehr groß. Man hatte hier sogar eine Cosplayerin, die absoluter Fan von dieser Reihe Will-and-to-Kill ist. Und ja, die findet man unter Fangirl no Jutsu. Mit der habe ich dann auch kurz geredet. Die hat sich dann auch fotografieren lassen. Die hat quasi ein Cross-Dress zu anderen Charaktere gemacht. Also Cross-Dress ist, wenn ein Junge ein Mädchen cosplayt oder ein Mädchen jung. So die Richtung und es war wirklich eine angenehme Signierstunde. Die hatten allerhand zu tun. Also sogar als Mitarbeiter, da hattest du zu dem Zeitpunkt Probleme, mal eine Zeichnung abzustauben. Ja, wir haben ja diesen Trend jetzt immer wieder in den letzten Ausgaben angesprochen, dass der Manga auf den Vormarsch ist. Ohne den wird es wahrscheinlich die halbe Buchbranche nicht mehr so geben, weil mindestens jeder zehnte Comic ist ein Manga oder so? Ganz im Gegenteil. Von drei verkauften Comics sind zwei Manga. Und der Manga, das ist jetzt auch nur Sachen, die ich alle jetzt weiß, weil ich mich für die Buchmesse vorbereitet habe. Der ist einer der, also neben dem Jugendbereich und Kinderbereich, somit der erfolgreichste Teil der Bellaristik. Und die Bellaristik wiederum ist einer der letzten wachsenden Bereiche im gesamten Buchmarkt. Kurzum, wenn die Frankfurter Buchmesse, auf die wir jetzt ja gleich gerne umschwanken können, da nicht ein bisschen mehr Fokus auf Comic und Manga legt, dann wäre das nicht überraschend, weil die Zahlen ganz eindeutig in diese Richtung gehen. Aber kurze Signierstunde, ich vermute mal, du kanntest also vorher auch nicht die KünstlerInnen, du kanntest auch nicht den Titel. Du bist da einfach hin, weil halt T3 und das halt geil ist. Nö, ich kannte es schon, weil ich eben eine Stunde vorher da war und den Comic dann quasi während der Wartung draus gelesen habe. Naja, du bist da hingefahren, so okay, verstehe, ja. Aber du hättest es nicht gelesen, wenn nicht die Signierstunde gewesen wäre. Wahrscheinlich nicht und trotzdem habe ich mich ja dieses Jahr schon sehr, sehr stark mit Manga auseinandergesetzt. Und auch du hast gemerkt, ey, die Kolorierung ist aufwendig, was sich da natürlich mindestens mal in dem Preisaufschlag bemerkbar gemacht hat. Normaler Manga kostet 7,50 Euro, der hat direkt mal 16 Euro gekostet. Das muss man erst mal schlucken. Dass dieses Konzept von Paper Toons, und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es eigentlich ganz schlau. Also was es jetzt häufiger ja gibt, ist, dass Webtoons abgedruckt erscheinen. Webtoons sind tendenziell auch immer bunt koloriert, müssen dann halt eben nochmal in der Präsentation ein bisschen vom Layout her umstrukturiert werden, weil die halt eben das Scrolldown quasi auf dem Handy oder auf dem Bildschirm zu sehen sind. Also dieser Infinite Canvas. Und das muss man natürlich in irgendeiner Form dann umdesignen, umlayouten, damit das dann auch in so ein Buch passt, das übrigens in westlicher Lesereihenfolge daherkommt. Und es ist eigentlich ganz schlau, dass es koloriert ist, weil da meines Erachtens dann noch eher noch mehr Nähe zum Anime dann auch da ist, weil wir sicherlich auch viele Endkunden haben, die jetzt nicht unbedingt einen Manga an die Hand nehmen wollen, die nicht wollen, aber so ein Anime schauen sich gern an. Und da hilft es sicher, wenn man ja den Manga dann auch koloriert und dann halt, wie gesagt, in der Form veröffentlicht. Auch da vielen Dank für deine Eindrücke dazu, lieber Patrick. Es gab noch eine Veranstaltung, jetzt ist mir eingefallen, wo wir beide nicht da waren. Das sind die Open Books. Open Books ist eine Veranstaltungsreihe in Frankfurt, auch parallel zur Buchmesse, die ohne Eintritt besuchbar ist. Diverse Lesungen von diversen Menschen zu diversen Büchern. Und in einem Schwerpunkt, der auch vom Jakob Hoffmann organisiert wird, gibt es ja dann so Lesungen zum Bereich Comics. Da waren verschiedene Leute anwesend, die ich dann auch zeitweise jetzt interviewt habe, die Tage bei der Buchmesse. Und da kann ich so als grob vorab Fazit mal sagen, dass die ganz zufrieden waren. Also das war jetzt nicht mega viel. Das ist nicht so, dass in Frankfurt zunächst mega viele Leute zu solchen Lesungen kommen. Aber es hätte wohl Spaß gemacht. Es wären genug Leute da gewesen und das ist ja schon mal die Hauptsache, wenn das genügt, dass ja eben da Leute zumindest gern waren. Ich vermute mal so richtig viel Geld hat in dem Moment da keiner gemacht. Aber wenn da halt dann doch so Leute kommen, wie eine Anke Feuchtenberger, ein Uli Oesterle oder so, Reinhard Kleist sind schon Namen der Comicszene, die vielleicht Leute locken. Ich hoffe, dass alle, die da waren, viel Spaß hatten und auch das eine oder andere Buch verkauft wurde. Ich weiß nichts genaues, weil ich nicht da war. Dito. Lieber Patrick, wir waren allerdings beide auf der Buchmesse zum Beispiel. Und die Buchmesse ist ja eine reine B2B-Messe. Also das heißt, da geht es nicht darum, Endkunden wie uns irgendwie Comics und Manga und Bücher und sonst was zu verkaufen. Das ist eher eine Begleiterscheinung. Das heißt, wenn da sowas wie ein Cosplay-Contest stattfindet, ist es ja ganz nett. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Frankfurter Buchmesse möchte. Viel eher geht es da meines Erachtens darum, in irgendwelchen Bereichen zum Beispiel Lizenzen zu verkaufen. Und wenn wir uns jetzt die Frankfurter Buchmesse mal angucken und nur einen groben Vergleich mal zur Leipziger Buchmesse ziehen, die natürlich von vorne bis hinten auf unsere Lesenden, auf uns Endkunden angesetzt ist, dann sieht das anders aus. Es gibt in diesem Jahr erstmalig ganz neu den Comic, das Comic Center. Das Comic Center, das ist einfach eine Ansammlung von verschiedenen internationalen Verlagen, die in ganz kleinen Ständen dann dort sich präsentieren. Und da geht es nicht darum, sich wirklich zu präsentieren, weil das sind dann so Verlage wie der Mutterkonzert von Panini aus Italien, da ist dann Cross-Kal, Quatsch, Cross-Kal, da ist Top Cow am Start, da ist Image am Start, aber auch viele internationale Verlage, die ich teilweise gar nicht kenne. Ja, viele waren es halt auf jeden Fall. Nee, Marvel selbst war nicht am Start, meines Wissens. Doch, ich habe einen Marvel-Stand im Comic Center gefunden. Das war Panini International Italien, die natürlich Marvel-Lizenzen vertreiben, die waren das. Da geht es nicht darum, dass man da die tollen Comics hinstellt, weil echt zum Beispiel das Top Cow-Ding, das war echt lächerlich von der Präsentation her. Aber es geht halt darum, dass du da vorab Termine machst, dich mit denen hinsetzt und eben dich drüber unterhältst, ob du dich eine neue Top Cow-Lizenz kaufen möchtest. Da wissen dann alle Beteiligten vorher schon, was da am Start ist und brauchen dann nicht noch ein Buch zu in der Hand haben. Darum geht es. Und deswegen war ich vom Comic Center, ich will nicht sagen enttäuscht, aber es war auf jeden Fall anders, als ich es mir vorgestellt hatte, ich kann die Beweggründe halt ganz nachvollziehen. Die waren alle in Halle 6 und in Halle 3. Das sind ja alles riesige Hallen und die Hallen heißen dann ja auch nicht Halle 3, sondern die heißen Halle 3.0 und Halle 3.1 und die sind jeweils übereinander und so schon riesengroß. In Halle 3.0, da waren dann die deutschen Verlage, von denen nicht viele da waren, Kiebitz, Reprodukt, Carlsen habe ich gesehen, Altschow vs. Amstatt. Das war irgendwie auch da, aber alles so mini-mini, also nicht annähernd vergleichbar mit Präsentationen, wie wir es jetzt zuletzt auf der Konichi hatten oder eben auch zum Beispiel auf der Buchmesse in Leipzig, weil es auch gar nicht nötig ist. Der Verkauf der Artikel und der Comics und Manga steht da nicht im Vordergrund, sondern ganz andere Sachen. Und so kalkulieren die da auch alle ganz anders für horrende Standpreise, soweit ich das erfahren habe. Ja, so das Comic da schon irgendwie auch stattfindet und das neue Comic Center jetzt erstmal, also eigentlich ja ein Wiedergeburt von etwas ist, was es schon vor vielen Jahren mal gab. Wir hatten da auch schon Artist Alleyes von der Comic Solidarity organisiert. Da waren viele tolle Sachen dabei. Und sagen wir mal, das jetzige Jahr, die jetzige Präsentation der Gattung Comic, die war nett, aber da ist noch vieles, vieles möglich. Ich habe da auch viele Ideen mit der Messe ausgetauscht. Wir müssen mal gucken, was da in den nächsten Jahren so passiert. Aber nochmal, ich glaube für Endkunden ist die Frankfurter Buchmesse auch an den Besuchertagen. Die finden immer am Wochenende statt, beziehungsweise Freitagnachmittag bis Sonntag. Wenig interessant, wer jetzt nicht extra wegen des Cosplay-Wettbewerbs dahin geht. Für den ist Comic und Manga da eigentlich kein relevantes Thema. Da sind es, denke ich, ganz andere, wirklich klassische Buchlesungen von vielen Promis, die mir da auch über den Weg gelaufen sind, die dann halt da ihr aktuelles Werk vorstellen. Ich denke, das ist vielleicht eher was. Aber für Comic- und Manga-Fans ist die Frankfurter Buchmesse aktuell weiterhin. Meines Erachtens kein Anlaufpunkt. Jetzt war es ein Riesenmonolog, lieber Patrick. Vielleicht hast du noch Ergänzungen. Ja, ich bin natürlich auch direkt auf dieses Comic-Center gestoßen und dachte, hey cool, hier sind ja endlich mal wieder Comics präsentiert. Und schon war es wieder durch. Also du bist da keine paar Meter gelaufen. Schon war ich da durch mit dem Comic-Center. Also es war der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und trotzdem war die Ausführung dann doch irgendwie enttäuschend. Man muss dazu sagen, wir sind auch ein bisschen Con-verwöhnt. Wir haben jetzt die letzten Monate so viele Berichte über diverse Cons abgeliefert, die natürlich um einiges Kundenorientierter sind, die viel mehr entertainig sind. Da ist das wirklich ein Meckern auf hohem Niveau, weil wir verwöhnt sind. Und es haben ja trotzdem die Signierstunden von dem Ralf Gute, von dem Otto Walkes und so stattgefunden. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man so seine zwei, drei Stunden sich vorher Zeit nimmt und guckt, okay, welche Zeichner und Zeichnerinnen will ich da abklappern, dann bekommt man ja trotzdem Programm geboten. Also auch ein Halko Hörneck war mit Ralf Gute vor Ort und hat dann eben sein neues Weihnachtsbüchlein signiert. Da war eben das Interessante, das habe ich dann mitbekommen, dass die da eine Online-Buchung hatten. Also damit die Signier-Schlange nicht zu groß wird und eskaliert, musstest du dir vorher kostenlos ein Online-Ticket buchen, damit du überhaupt ein Recht hattest, in dieser Schlange anzustehen. Ist vielleicht ein bisschen geschickter als eine Würfel-App. Keine Kritik an irgendjemanden. Aber das Konzept fand ich dann schon recht nett, dass man da dann quasi einen überschaubaren Rahmen hatte. Wie sehr ist der Andrang hier? Fand ich gut. Ja, auch wenn man das ein bisschen besser hätte kommunizieren müssen. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere dann da stand und sich gedacht hat, wieso werde ich jetzt nicht in die Schlange gelassen? Nee, also vor Ort, vor den Ständen gab es jetzt nicht diese Info. Da habe ich jetzt auch extra nochmal drauf geachtet, so von wegen Online-Buchung etc. Das habe ich mitbekommen, weil ich durch Halko Hörneck dann eben diese gewissen Infos dann hatte. Lieber Breedstorm, wann warst denn du zuletzt mal auf der Frankfurter Buchmesse? Ist das überhaupt schon mal geschehen? Das ist geschehen zu der Zeit, als es noch die Faszination Comic tatsächlich gab und ein Jahr danach, wo ich maßlos enttäuscht war. Ich habe, jetzt hast du wieder den Finger in die Wunde gelegt und jedes Mal, wenn das Thema Buchmesse aufkommt, kommt immer automatisch mein Rant darüber, dass es nicht mehr so geil ist wie früher, weil du hattest wirklich deine eigene Ecke, du hattest einen Cosplay-Wettbewerb, du hattest ganz viele Comics, die du lesen konntest in so einer Leseecke. Signieraktions war mega gut und uns das wegzunehmen in Frankfurt, das ist echt eine Sauerei. Wirklich, da bin ich immer noch pissig. Verstehe ich. Ich muss jetzt einen kleinen Einwand bringen. Der Cosplay-Wettbewerb findet ja nach wie vor noch statt. Er ist in quasi einer sehr, sehr separaten Halle, weil die Andi sich auch schon gewundert hat, wieso ist sie da? Ja, dieser Cosplay-Wettbewerb oder Contest wird quasi von Wolle aus dem Comicladen Extra-Books meistens mit organisiert. Der findet nach wie vor statt. Aber auch ich habe das Gefühl, das habe ich ja bei der Konichi, bei dieser einen Diskussion gesagt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Cosplayer so ein bisschen wegverfrachtet werden vom Business, weil sie für die Fotos gut genug sind. Aber sobald es dann darum geht, die in diesen Messetrubel mit einzubinden, da wäre man sie dann irgendwie gefühlt nicht haben. Ja, das ist definitiv so und führt jetzt auch zu weit. Das liegt einfach daran, dass man das rein für die Fotos, für die Presse macht. Das hat überhaupt keine Verankerung im Programm oder in den Strukturen der Frankfurter Buchmesse. Das ist einfach so, dass denen das peinlich wäre, kein Cosplayer auf ihrer Veranstaltung zu haben, weil das haben ja inzwischen echt alle anderen Veranstaltungen auch. Das ist der einzige Grund, warum das da stattfindet. Es gibt sonst keine andere Begründung dafür, dass da auch Cosplayer rumlaufen. Also du merkst das richtig. Also ich wäre nicht überrascht, wenn du den Cosplayer fragst, wenn die da so rumlaufen, ob die sich wohlfühlen und die sagen, nee, eher nicht so. Wäre ich persönlich nicht überrascht, aber das führt jetzt zu weit. Dazu kann ich keinen weiteren Ausführungsruf machen. Ich meine jetzt nur im Vergleich, du warst ja auch auf der Konichi. Vergleich mal, wie viele Cosplayer da über das ganze Gelände gelaufen sind. Und vergleich das mit der Frankfurter Buchmesse, wo die dann draußen sind oder in ihrer Halle. Überwiegend. Ja genau, das müsste ich mich jetzt aber auch wiederholen. Wie gesagt, das liegt daran, dass das Cosplay nichts damit zu tun hat. Und diese Veranstaltung ist einfach völlig fehl am Platz dort. Freut mich trotzdem für alle, die Spaß daran hatten. Geil, das dazu, dann hatten wir noch zwei Veranstaltungen über Patrick. Bei der einen warst du auch, nämlich beim Cosy. Cosy steht ja für kuschelig. Und kuschelig war es, oder? Ja, das Cosy, das war jetzt sehr, sehr klein im Vergleich zu den letzten Jahren. Also die Halle, die war wirklich sehr überschaubar. Der Raum, der Halle klingt nach irgendwie, der Raum. Ja, der Raum. Es war so ein kleines Räumchen im Vergleich zu den Jahren davor, wo es wirklich eine große Halle war, wo dann ein Moritz von Wollzungen war, wo diverse Comic-KünstlerInnen waren. Dieses Mal war das echt so auf Sparfleimme, also Comic-Messe auf Wish bestellt quasi, wirklich schon. Die Discount-Variante, würde ich sagen, ohne da jetzt jemanden abstrafen zu wollen. Es kostet alles Geld. Aber das war eine Enttäuschung. Da haben Gordon und ich gesagt, da war jetzt der Weg dahin, länger, dass wir da mit Spaß gehabt hätten, auch Steffi war da. Sehr, sehr enttäuscht. Wir alle vier waren so der Meinung, nee, das war jetzt den Aufwand nicht wert und wir waren wirklich nur ein paar Meter davon entfernt. Ja, das Cozy steht übrigens für Festival für Contemporary Comics and Scenes. Frankfurt also ist ein kleines, aber feines Scene-Festival in Frankfurt. Parallel zur Frankfurter Buchmesse findet das statt und das war einfach in den letzten Jahren deutlich größer. Das waren wirklich eine Ausstellungsmesse mit vielen Lesungen, mit Musik, mit DJ-Abend, Cocktails, Kaffees hast du nicht gesehen. Also es hatte einfach irgendwann auch Ausmaße angenommen. Die waren sehr, sehr respektabel. Und das war diesmal halt ein kleines Räumchen in einer Galerie namens Mars. Die wechselt auch jedes Mal die Location und es ist auch nicht hilfreich, dass die Website bis heute nicht angepasst war, was nämlich einfach dafür sorgt, dass du, wenn du Pech hast, vor der falschen Location stehst, nämlich vor der aus dem Vorjahr. Und dann gehst du halt in diese Galerie rein und das hat ein kleines, feines Räumchen. Da hängen so, ich sag mal so, 20 verschiedene Originalzeichnungen an der Wand, über die man sicher diskutieren könnte, aber weil auch nicht steht, von wem es ist oder wie es heißt, ist es eigentlich letztlich auch eher so ein Poster als eine Ausstellung. Und dann hast du noch den kleinen Bereich mit der Lesung. Eine Lesung habe ich zusammen mit meiner Tochter wahrgenommen. Das war alles ganz putzig und ganz süß und dann konntest du noch beim Naaman ein paar Comics kaufen, das war hinten aufgebaut. Ich glaube, die Lesenden, die dort halt ihre Sache vorgelesen haben, es waren am Samstag dann doch so 4, 5, glaube ich, keine Ahnung, die konnten dann auch dort ihre Dinge verticken. War alles ganz süß, war alles ganz nett, aber wenn man nicht wirklich wegen der Lesung dahin geht, war man mit dem Cozy nach 5 Minuten durch. Das ist ein bisschen schade, weil es letzten Jahr doch schon deutlich größer war. Vor allem wurde es die letzten Jahre dann immer als die Alternative zur Frankfurter Buchmesse beworben. Für all die Leute, die an Comics interessiert sind, wäre ich dafür extra hingefahren und du weißt, wie lange ich mit der Bahn da hinfahren muss, wäre das in der Relation nicht ansatzweise aufgegangen. Also 90 Minuten Fahrt und dann 5 Minuten Ausstellung. Da gibt es einige Kunstausstellungen von der Frankfurter Uni, die da ein bisschen mehr her gemacht haben, ohne den jetzt wirklich vor den Karren scheißen zu wollen. Da war ich massig enttäuscht, oder massiv. Ja, aber wie gesagt, das liegt glaube ich eher in der Erwartungshaltung und weniger in der Intention der Menschen, die das Cozy da dann auch an den Start bringen. Ich möchte grundsätzlich mal trotzdem die Fahnen hochhalten. Das Cozy ist schon inhaltlich ein tolles Ding und es gibt Menschen, die das sonst bei der Frankfurter Buchmesse auf gar keinen fucking Fall bekommen hätten, irgendeine Form von Plattformen. Und ich würde mir wünschen, dass es in den nächsten Jahren wieder zu alter Größe zurückfindet. Das fände ich persönlich toll. Das liegt natürlich an vielem unter anderem auch der Frage der Refinanzierung. Das ist mir schon auch klar. Lasst uns hoffen, dass da neue Konzepte gefunden werden. Und dann die Veranstaltung, an der meine Tochter richtig viel Spaß hatte. Denn wer im Frankfurter Gebiet unterwegs ist, der kennt den Jakob Hoffmann. Der Jakob Hoffmann, der veranstaltet hier diverse Lesungen und auch sehr regelmäßig das Hippie-Kindercomic-Festival. Er ist außerdem noch Verleger von diesem Kindermagazin Polle, das ja tatsächlich auch einige tolle Sachen zu bieten hat. Also so eine Anthologie quasi mit Kindercomics. Und der hat eine kleine Version des Festivals noch an den Start gebracht, kurzfristig. Und dort verschiedene Leute auf die Bühne geholt im Institut Cervantes in Frankfurt. Und ich sag mal so, wir waren da gleich mit der ersten Lesung. Es war ein mega Spaß. Meine Tochter, die ist sechs, hat absolut nicht genug davon bekommen. Ich hab die immer mal wieder gefragt, ob sie sich langweilt, ob wir nach Hause gehen wollen. Und dann meinte sie immer, nee Papa, lass noch einen Film gucken. Weil das schon wirkt wie so ein Film, ne? Das ist halt dann die Präsentation, also Panel, PowerPoint-Präsentation einen nach dem anderen. Dann lesen halt in den meisten Fällen die Original-Autorinnen und Illustratorinnen dann eben diese Comics vor. Das Ganze war dann teilweise noch mit Musik untermalt, aus einer coolen elektronischen Musikbox und so. Und es gab auch in einem kleinen, aber feinen Rahmen eine Interaktion, mit dem Publikum. Und meine Kleine hat auf jeden Fall mega den Spaß dran gehabt. Und wir haben auch einen der Bücher gekauft. Oh Gott, Boris und Bernadette, glaube ich, heißt das Ding. Ist erschienen, glaube ich, bei Cozy. Und einfach so ein cooles Ding. Da geht es gar nicht um die Skelette, die vorne drauf sind, sondern da geht es um so ein kleines gelbes Tier. Und das ist schon irgendwie ein cooles Ding. Also meine Tochter hatte mega Bock drauf. Genau, Boris und Bernadette heißt das Ding und ist erschienen beim Kiebitz Verlag. Nicht Cozy, Cozy war das andere. Kiebitz Verlag. Tolle Sache, wenn ihr in der Nähe seid und habt die Gelegenheit, mal beim Yippie Kindercomics Festival vorbeizuschauen. Macht es mal. War auch gerappelt voll. Die Kinder hatten viel Spaß. Hat natürlich auch keinen Eintritt gekostet und ich hätte mich gefreut, hätte es da irgendwie sowas gegeben wie eine Kaffeebar oder irgendwie Kaffeekuchen oder so. Aber das war in dem Institut scheinbar nicht möglich. Ich weiß auch da nicht, wie die Organisation im Hintergrund aussah. Aber ich möchte ja auf keinen Fall meckern. Das war ganz toll. Wir hatten richtig viel Spaß und wir haben uns natürlich einfach selbst versorgt dann an dem Tag. Du warst ja auch kurz da, Patrick. Kindercomics nicht unbedingt dein primäres Ding, aber du hast auch ein bisschen dort ausgehalten. Ich habe auch ein bisschen dort ausgehalten. Ich bin dann später mit Gordon dazu gestoßen und das, was wir da an Vorlesungen mitbekommen haben, war für Kinderverhältnisse relativ heftig. Also ich habe da mit Gordon und mit Dom dann später noch diskutiert. Also diese unangenehmen Details. Ja, da wird jetzt eine tote Katze vom Boden gekratzt, die war stein hart und dann wird sie einfach in den Posthaufen geschmissen oder Opa wurde im Krieg eingeschossen und die Kinder haben dann gerne in den Löchern rumgefummelt oder ein Kaninchen wird von einem anderen attackiert und dann hängt die Nase nur noch an so einem Faden, wo ich dachte, hui, hätte ich früher solche Kindercomics gelesen? Okay, ich habe Schlimmeres gelesen, aber ich habe gedacht, die Kinder werden immer mehr verweichlicht und das hat mir quasi wieder mal so einen gegenteiligen Beweis geliefert, weil die Kinder da wirklich sehr, sehr intuitiv mit dem Tod auch konfrontiert wurden und mit anderen unangenehmen Themen. Ja, es hat Spaß gemacht auch mit der Musik und der Malung, mit der Signierstunde. Also deine Tochter hat da ihren ersten Sketch bekommen. Absolut. und das du relativ früh erziehst. Absolut. Und ja, die Geräusche, die waren auch teilweise echt nett, dieses Ächzen und so. Ich dachte, hui, ja, es ist schon ein bisschen creepy für einen Kindercomic, was da geboten wurde. Absolut. Aber deine Tochter war so unterhalten, dass sie dann immer wieder, wenn wir uns kurz unterhalten haben, zu uns allen gemacht hat, weil sie das hören wollte. Genau. Ja, also ihr merkt schon, Comics für die Gore-Bauern von morgen, das ist ein tolles Ding. Ich habe jetzt, bisher habe ich es gerade vor mir und jetzt korrigiere ich mich nochmal, der Comic, den wir gekauft haben, signiert und hast du nicht gesehen, der übrigens im Dunkeln leuchtet, heißt Boris Babette und Lauter Skelette von Tanja Esch, die auch persönlich vor Ort war, um uns ihr Werk zu präsentieren. Ja, jetzt haben wir aber, glaube ich, wirklich alle unsere Veranstaltungen der letzten Zeit, der letzten Tage vor allem, kurz abgeklappert und wir haben keine News. Gehst du noch wieder auf einer Veranstaltung, aber ja. Du präsentierst uns da noch mehr, ich merke schon, ich habe Bock. Ja Mensch, dann lasst auch mal auf die Comics zu sprechen kommen, die wir heute vor uns haben. Das sind verschiedene Sachen, auf die wir uns freuen. Patrick, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe jetzt zwei Rezensionsexemplare. Das Buch der Verdammnis von Egmont, das ist von Bang Comics, also das Label und von Reprodukt habe ich von Hayao Miyazaki Schunas Reise und ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert, gespoilert, das Spiro und Phantasien Spezial Nummer 41, Spiro und das Comicsyndrom. Sehr gut. Breedstorm, was gibt es bei dir? Bei mir gibt es Trees von Warren Ellis, was du nicht siehst, von Luke Pearson. Dann habe ich jetzt noch rausgezogen, Ralf König, steh auf Männchen und bist deine Knochen verrotten aus dem Hause Ultraverse. Und der letzte Titel, der ist schon einer, der wird bei uns heute in der CCA eine Rolle spielen, denn Ultraverse hatte vor kurzem eine Aktion, wo die unfassbar viele, also bestimmt locker 50 verschiedene Titel, quasi kostenfrei und legal ins Netz gestellt haben. Es war im Regelfall der erste Band ihrer Reihen, ihrer Lizenzreihen vor allem. Ich glaube, da waren keine, wie ich mich aber nicht festlegen, Produkte aus dem Ei, also die selbst kreierte Eigenproduktion von deutschen KünstlerInnen, sondern eben international gekaufte Lizenzprodukte. Und da wollen wir heute in der CCA uns jeweils eins, zwei Reihen pro Kopf rausschnappen, beziehungsweise diesen Band halt und einfach mal darüber sprechen. Vielleicht auch so ein bisschen allgemeinerer Natur, was unsere allgemeinen Eindrücke von diesem Ultraverse-Programm waren und vielleicht auch vom Manga, wo wir uns, da sind wir, also ich kann das von mir sagen, ich denke auch von Breedstorm, immer noch in einer Einarbeitungsphase sind. Ich kann außerdem sagen, dass ich auch drei Sachen vorbereitet habe. Diesmal habe ich richtig viel lesen müssen für die Frankfurter Buchmesse, waren immer gleich so dicke Wälzer, die alle richtig Bock hatten, von mir gelesen zu werden und deswegen gibt es bei mir heute keine Klassiker, aber vielleicht sind die Comics, die ich heute vorstellen möchte, ja Klassiker. Zum einen ist da mit dabei von Adrian Purvisee, Das Schimmern der See erscheint beim Avant Verlag. Außerdem gibt es die Comic-Umsetzung eines Buchs namens Nekropolis. Die Comic-Umsetzung erscheint übrigens beim Schallzeit Verlag und kommt von Juri Devetak. Und zu guter Letzt hören wir noch, wie mir Auerhaus gefallen hat. Auerhaus von Janne Dauer umgesetzter Comic basierend auf einem Buch von Poff Bjerg erscheint bei Blumenbar. Und warum wir alle, vor allem ich, wahrscheinlich noch nie von diesen Verlagen gehört haben, das klären wir gleich. Patrick, fang nochmal an mit deinem ersten Comic für heute. Okay, ich habe jetzt als erstes Spiro und Fantasio, Spezial Nummer 41, Spiro und das Comic-Syndrom. Der Comic wurde mir immer wieder näher gelegt, obwohl mich der jetzt optisch so gar nicht angesprochen hat. Und da habe ich auch dieses Feedback mitbekommen von diversen klassischen Spiro-Fans, dass sie das wegen der Optik einfach nicht mögen. Aber ich bin froh, dass ich mich dann doch durchgerungen habe und das gelesen habe. Es geht darum, dass Spiro und Fantasio bei internationalen Comic-Festival in Angolim sind. Und da ist jetzt eine Epidemie ausgebrochen. Die sorgt dafür, dass sich Personen für Comic-Charaktere halten und dann in die Irrenanstalt angewiesen werden. Also Fantasio hält sich für Captain Haddock von Tim und Struppi und Spiro muss jetzt ermitteln, was es mit dieser Epidemie auf sich hat und schleust sich dann irgendwie natürlich in diese Irrenanstalt ein, in denen man sagt, er ist Tim von Tim und Struppi. Die Story an sich ist jetzt nichts Besonderes, aber diese Präsentation, wie die Leute quasi vorgeben, sie sind Comic-Charaktere, das sorgt für viel von dem Witz, das merkst du schon auf dem Buchcover, da steht dann schon beim Teutates und in dieser Irrenanstalt gibt es mehrere Bereiche, also es ist nicht nur der franco-belgische Comic, es sind auch diverse internationale Comics, also Batman ist vertreten und so und wie diese Irrenanstalts Insassen dann einfach so lächerlich aussehen als Batman, als das Pilami und Co., das macht viel von dem Reiz in diesem Comic aus, was einfach so herrlich lächerlich ist und einige Zitate um sich haut, also es ist auch eine Liebeserklärung an den Comic und ja, Eki vom T3 hat da schon gesagt, für uns Deutsche wäre es eigentlich geiler gewesen, hätte man das jetzt nicht Comic-Festival Angolim genannt, sondern Comic-Festival Erlang, um uns Deutsche einfach noch ein bisschen mehr abzuholen, weil viele von uns waren wahrscheinlich noch nie oft in Comic-Festival Angolim oder haben vielleicht davon gehört, wenn sie jetzt nicht in unserer Repubie sind. Interessant, das ist eigentlich echt ein guter Einwand, ob da nicht eine Synchronierung irgendwie gepasst, Synchronierung, Synchronisation, eine Lokalisierung ist vielleicht gut, ob das nicht gepasst hätte, wie sieht es denn aus, kriegen wir dann irgendwie so Artwork-mäßig keine Ahnung, Angolim gezeigt oder ist das schon irgendwie, sieht man, dass es Frankreich ist? Man sieht, dass es Frankreich ist, aber Angolim findet jetzt mehr so oft gefühlt zehn Seiten statt, der Rest spielt sich eben in dieser Irrenanstalt, es ist im Prinzip einer fluggebürt das Kuckucksnest mit Spiro und Fantasie und natürlich ein lustiger und ich habe da jetzt noch einen passenden Vergleich gefunden, es gibt eine Simpsons-Folge, die heißt Lisas Geburtstag oder Lisas Geburtstagsüberraschung, da trifft, die Geburtstagsüberraschung, da trifft Homer auf einen etwas beleibteren Insassen, der sich für Michael Jackson hält und der wurde natürlich von Michael Jackson synchronisiert und wenn ihr das mochtet, diese Folge mit diesem Dicken, der sich für Michael Jackson hält, dann wäre das natürlich auch was für euch, weil du hast jetzt einen, der hat sich dann so einen Schwanz angehängt und schreit dann die ganze Zeit Huber Huber, ist dann erst mal so Pilami, dann wütet da so ein Batman durch diese Irrenanstalt und natürlich ist der Irrenanstalt Leiter auch so ein verrückter Wissenschaftler, der irgendwas damit zu tun hat, dass sich die Leute für diese Comic-Charaktere halten, aber es macht wirklich Spaß, das zu entdecken und ich bin froh, dass ich dem dann eine Chance gegeben habe, wie gesagt, eine Anpassung an und das Deutsche hätte da vielleicht noch mehr rausgehauen und das wäre vielleicht der Dauerbrenner dann auch auf Erlangen oder vor anderen Comic-Messen gewesen. Ja, interessant. Wann kam der raus? Ist der aktuell? Der ist relativ aktuell, also ich habe den vor ein, zwei Monaten gekauft, müsste das aktuellste Spezial sein. Kennst du den Breedstorm? Also ich kenne den nicht, es könnte sein, dass das einer ist, wo mich das Artwork auch erstmal abgestoßen hat, die hole ich mir dann nicht gleich am Anfang. Okay, verstehe. Ja, da kann ich an der Stelle leider nichts weiter ergänzen, außer dass das tendenziell eigentlich eher interessant klingt. Man kann auf der Seite auch im Artwork ein bisschen rumblättern und schon beim Cover versteht man, wieso das viele abschreckt, weil das fast schon ein bisschen was hat von aufgeklebter Pappe. Aber ich werde jetzt Jules den Zeichen dann nicht irgendwie diskreditieren. Er hat seinen eigenen Stil und es ist eben bei weitem davon entfernt, was der klassische Spirou-Stil ist. Das ist von Jules? Ja. Den kenne ich, den habe ich interviewt. Der hat doch auch diesen Lucky Luke gemacht mit der Ratterplanz Arche oder so. Und da hatte ich das große Vergnügen, den mit Live-Übersetzung via Videocall zu interviewen. Gibt es auch in diesem anderen Podcast, den ich hier nicht ständig droppen will, weil mir das irgendwie unangenehm ist. Aber da könnt ihr ein Interview mit dem mal hören. Und so viel interner sei mal verraten. Selten lief eine Ausgabe so schlecht wie diese. Es hat keine Sauinteressiert, was eigentlich so Lucky Luke und vor allem zusammen mit Jules macht. Aber es war trotzdem ein tolles Gespräch. Also ich fand es großartig. Hört mal rein, vielleicht ist ja genau diese Ausgabe hier der Kicker, um das nochmal explodieren zu lassen in den Zahlen. Und vor allem, das war wirklich so einer der Bände, wo ich auch mehrmals laut aufgelacht habe. Das passiert mir beim Spirou-Band jetzt auch nicht so häufig, weil hier ist wirklich eine sehr, sehr hohe Gagdichte und viele der Witze sind eben wirklich diese Irrenanstalts- Ansassen, die sich für Comic-Helden halten. Wunderbar. Lieber Breedstorm, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, mit deinem ersten Comic für heute durchzulegen. Wir werden die alle ja ein bisschen kürzer besprechen, dafür ein bisschen mehr. Mehr ist genau mein Stichwort. Es geht jetzt nämlich um Trees von Warren Ellis und Zeichner Jason Howard. Ich habe mir diese Reihe etwas unbedarft mal wieder geholt, weil ich dachte, Warren Ellis, was kann schon schieflaufen? Also was da schieflaufen kann, was vielleicht den einen oder anderen abhalten könnte, wäre, dass sie nicht ja stimmig abgeschlossen ist, aber das soll uns nicht aufhalten, weil wie ich herausgefunden habe, also es wird jetzt kein riesiges Mysterium in diesen Bänden geklärt und wir erfahren vieles nicht, aber trotzdem sind alle Bände, die hier drin sind, einzeln lesbar. Was ist die Prämisse von Trees? Auf der Erde kam es plötzlich zu riesigen Säulen aus dem Weltraum, die sich auf der Erde aufgebaut haben. Niemand weiß, was sie machen. Sie sind groß, sie sind unangreifbar, man kann sie nicht sprengen, man kann sie nicht abschießen. Da gibt es eine Menge, was probiert wurde von verschiedenen Völkern der Erde, sie stehen einfach stumm da und die Menschheit hat sich also in der Zwischenzeit damit abgefunden, dass diese Trees, diese riesigen Säulen dort stehen und haben Städte drumrum wieder aufgebaut, die vielleicht als die Säulen plötzlich dastanden ein bisschen kaputt gegangen sind und nun gibt es unterschiedliche Handlungsstränge, die hier zusammengeführt werden, speziell in den ersten beiden Bänden. Also wir haben eine Forschungsstation in der Arktis, die eine der Säulen beobachtet, wir haben aber auch in Italien so eine Stadt, wo Gangs herrschen, wir haben eine Stadt in China, wo ein junger Zeichner plötzlich in die große Stadt zieht von seinem Dorf und einiges zu entdecken hat und ich habe mich von Anfang an gefragt, wo will er jetzt eigentlich damit hin, weil ich konnte überhaupt keine Zusammenhänge zwischen denen erkennen, werden diese Handlungsstränge irgendwann mal zusammenlaufen und Spoiler, nein werden sie nicht, also wir erfahren einfach Einblicke in diese Welt, wo die Säulen jetzt einfach stehen, wie sie stehen und wie unterschiedliche Menschen mit diesen Säulen und allem was da drumrum ist, wie sich die Welt vielleicht auch verändert hat in der Zwischenzeit, umgehen. Mich hat das von Anfang an so ein bisschen verwirrt, wir haben jede Menge interessante Figuren, die unterschiedlich zusammenarbeiten, also der, jetzt ein Beispiel, der Künstler findet zum Beispiel raus, dass er bisexuell ist und verliebt sich dann in einen Transmann, was natürlich in China jetzt nicht für große Freude sorgt, das ist ganz klar, sie werden da auch beobachtet, aber man fragt sich die ganze Zeit, ja was sind jetzt eigentlich mit den Trees, mit den Säulen, was hat das jetzt damit zu tun, wirkt sich das irgendwie auf irgendwas aus oder nein, es geht einfach um das, was dort herum passiert, das heißt, ich war in den ersten zwei Bänden komplett verwirrt, worum geht es jetzt hier, wo will er jetzt hin und das ist ja bei Warren Ellis oft mal so, dass das so ist, aber eigentlich hat er ja immer einen Plan und dann ging es dann in Band 3 weiter, der Band 3 spielt komplett in Russland, in einem kleinen Ort und hat mir wirklich von allen diesen drei Bänden am besten gefallen, es ist nämlich eine kleine Kriminalgeschichte in diesen Ort am Ende von Bahnschienen, wo nicht mehr so viele hinkommen, ja, ich sag jetzt mal so ähnlich wie Cottbus würde ich jetzt mal sagen oder so, nein, aber es ist wirklich eine geile Kriminalgeschichte, aber ich hätte dafür nicht die Prämisse von Trees gebraucht, nämlich dass da unter anderem auch eine riesige Säule rumsteht und damit endet die Serie schon, weil sich anscheinend hier Warren Ellis und Jason Howard irgendwann mal nicht mehr so gut verstanden haben, was ein bisschen schade ist, trotzdem kann man das lesen, wenn man das möchte, wenn man einfach aussparen kann, dass es eine logische Erklärung für all das, was dort passiert gibt, also wir erfahren gewisse Hinweise, warum die Trees da stehen, das hat aber mit der Handlung überhaupt null und gar nichts zu tun, sie stehen einfach da und sind groß und stark, was anderes machen die nicht, also ich bin eine Mischung zwischen begeistert und irritiert, was das Ganze sollte und frage mich, habt ihr das auch gelesen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich habe zumindest Band 1 gelesen. Ja, geil, auf geht's. Ich habe zumindest Band 1 gelesen und mich hat dieser Mystery-Aspekt auch ein bisschen arg verwirrt. Es gab da ja auch einen Teil, ich will ja jetzt nicht komplett spoilern, aber es gab da auch so einen gewissen Körperhorror-Anteil, der irgendwie eingeführt wurde, gar nicht mehr groß ausgearbeitet wurde, aber ja, diese Person verändert sich eben, es ist eben so. Vieles in dem Band war wirklich, ach ja, es ist eben so und das hat mich davor abgeschreckt, dass ich dann dachte, ne, ich brauche jetzt nicht Band 2 oder 3. ich fand das Artwork cool, ich fand so ein paar Ideen cool, aber es war nicht genug, um mich bei Laune zu halten beziehungsweise um mir die Nachfolger zu gönnen, weil ich dachte, nö, Warren Ellis, ich mag dich, aber das war jetzt nichts für mich. Also wenn ihr einen davon lesen solltet, dann ist es wahrscheinlich wirklich der dritte, eine schöne Kriminalgeschichte in einem Russland ohne Special Military Operation und das hat richtig Spaß gemacht, der war richtig gut, den kann man auch lesen und die sollen komplett ignorieren. Ja, ich würde mich dem Grunde nach übrigens anschließen, ich habe die ersten beiden gelesen und mich hat damals vor allem gewundert, dass das ewig nicht in Deutschland kam, der erste kam wohl irgendwann Anfang 15 raus, das Taschenbuch, also der gesammelte und im Oktober 16 kam das zweite Taschenbuch scheinbar raus, die habe ich gelesen, den ersten hatte ich in irgendeinem Humble Bundle, den zweiten dann bei damals noch Comixology und ich versuche die ganze Zeit parallel dazu den zweiten irgendwie auf Comixology aufzumachen, aber es gibt ja Comixology gar nicht mehr so richtig, ich glaube es geht irgendwie über Amazon, ich habe gerade keinen blassen Schimmer, wie ich jemals diesen zweiten Band wieder lesen soll und vor allem meine riesen Hellboy Sammlung ist da auch noch drin, wie ich da wieder rankommen soll, aber da muss ich später drüber nachdenken, den ersten Band habe ich jetzt hier noch offen, den habe ich als PDF noch hier rumliegen, ich fand das ganz interessant mit diesen ganzen Säulen und diesen Blümchen auch und so, da gibt es ja diese schwarzen unkrautähnlichen Kleeblattblümchen, das war ja ganz nett, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das alles nicht befriedigend geendet ist, zumindest die ersten beiden und dass es auch irgendwie nicht zusammenhing und beide, das weiß ich noch grob, enden glaube ich auf einem ziemlichen, mit einem ziemlichen emotionalen Schlag, glaube ich, ohne diesen zu spoilen, das wäre neben den Säulen vielleicht die einzige Parallele, die ich sehen kann. Ach und, dann ist sehr auffällig, das Band 3, also dieser vierte, der dritte Sammelband, der kam ja wirklich vier Jahre nach dem zweiten, also der Produktionsprozess, der muss auch nicht so easy gewesen sein. Ja, das zu Trees, kriegt er bei CrossCult übrigens, zumindest die ersten beiden, glaube ich, aber sag mal, den dritten inzwischen auch, sehr gut, aber darf man über Warren Ellis noch sprechen, Breedstorm, ist das nicht so ein MeToo-Typ? Das weiß ich jetzt nicht, ich komme langsam bei den Comic-Autoren durcheinander, wer wann irgendwann was gemacht hat, es ist wirklich sehr schwierig, weil wirklich viele, von denen ich wirklich sehr verehrt habe, in den letzten Jahrzehnten dann irgendwelche Vorwürfe kriegen und das ist einfach für mich schwer nachzuvollziehen momentan noch. Und ich habe letztens ja auch bei der Inktober-Book-Challenge von Comic-Clatch, also von Booknapping, von der Sandra, auch Transmetropolitan als einen meiner Lieblingscomics vorgestellt, da wusste ich auch nicht, hm, darf ich das jetzt noch, es ändert ja nichts daran, dass ich den Comic gut finde, aber es ist wirklich schwierig aktuell. Ja, liebes Publikum, wenn ihr dazu eine Meinung habt, vor allem geht es ja hier eigentlich um die Frage des Trends von Kunst und Künstler, in, das wollen wir zumindest in einem gewissen Rahmen immer wieder gerne mal mit euch besprechen, da tut es zum Beispiel auf den Social-Media-Plattformen eures Vertrauens, das sind in unserem Fall immer noch Facebook, Twitter, Instagram und jetzt auch Blue Sky und der eigentlich auch Ex, nicht Twitter, keine Ahnung. Weißt du was, macht das einfach alles nicht, kommt direkt bei Signal und Telegram vorbei, wo ihr unsere Chatgruppen findet, kriegt ihr raus, wenn ihr in die Shownotes schaut. Dann mache ich mal weiter mit einem Comic namens Our House. Our House, das ist so ein Comic, wie wir ihn zuletzt häufiger hatten, denn er basiert nämlich eigentlich auf einer Vorlage, auf einer Buchvorlage und diese Buchvorlage, die hat in diesem konkreten Fall der Boff Bjerg geschrieben. Das Ding war ein Mega-Erfolg, das kam irgendwann Anfang, Mitte der 2000er raus, dann gab es noch einen Film dazu, der ist 2019, glaube ich, in die Kinos gekommen. Im Interview am Wochenende hat er mir gesagt, dass er bei dem Film gar nicht so großartig beteiligt war und dass er vielleicht auch die ein oder andere kreative Entscheidung, die da getroffen worden ist, jetzt nicht vollends unterstützt und nachvollziehen kann. Es geht in dieser Geschichte, die sich dann auch im Comic nicht wesentlich unterscheidet und die von Janne Dauer, die ich auch im Gespräch hatte, also da sind beide vor mir und beide gequatscht, geht es letztlich um das namensgebende Auerhaus. Ich werde jetzt nicht zu viele Namen nennen, ich will jetzt nicht zu lang machen, ich mache hier wirklich eine Kurzbesprechung, aber es ist ein Freundeskreis aus einer Schule, zunächst vier Personen, zwei Mädels, zwei Jungs, einer der Jungs versucht sich umzubringen und scheitert dabei, als er überlebt. als Konsequenz dessen gehen diese drei Freunde, ziehen aus ihren jeweiligen Elternhäusern aus und ziehen zusammen in ein eigenes Haus, das ist quasi eine große Wohngemeinschaft, das können sie machen, weil einer von den quasi Großeltern dieser Kinder hat letztlich dieses Haus zurückgelassen nach seinem Tod, es steht ungenutzt rum, irgendein Dorf, keine Ahnung, sind sie jetzt im Auerhaus, ist eine WG und alle haben ihr Päckchen zu tragen, im Laufe der Zeit sind es irgendwann sechs Personen und das Ganze ist letztlich eben auch ein Comic, eine Geschichte ja im Endeffekt, die sich mit den Themen Depressionen, psychische Störungen, aber auch ein bisschen ja letztlich einfach Coming of Age im gewissen Rahmen, denn die machen gerade alle irgendwie ihr Abi, es geht um Selbstfindung, es geht natürlich um Lieb, es geht aber wirklich auch viel um dieses Zwischenmenschliche, was macht Freundschaft aus, wie kann man Freundschaft definieren, das ist relativ cool irgendwie auch, die machen auch dann so große Partys, wo dann sowohl die von der Psychiatrie kommen, als auch von dem einen Homosexuellen in der Geschichte der Riesenfreundeskreis, als auch da noch die Schüler von der Schule an der sie eigentlich sind und da passieren ganz viele tolle Sachen, ich fand das äußerst unterhaltsam und es lief kurzweilig durch und das obwohl es mit diesem noch recht schweren Thema, nämlich diesem Suizidversuch anfängt, das Ganze kommt daher, sieht zwar aus wie Aquarell, aber es ist nicht Aquarell, hat mir die Künstlerin gesagt, sieht ein bisschen wild und ein bisschen bunt aus, das gefällt mir aber ganz gut, man muss sich natürlich darauf einlassen können und ja, ich kann es leider nicht so genau beschreiben, es ist schön, es wirkt einfach jung, wild und bunt, schafft aber in den richtigen Momenten auch eine gewisse Distanz und Abstand und vielleicht auch eine gewisse Abstraktion, wenn es um eben zum Beispiel Depression geht, das gefällt mir alles außerordentlich, ein Comic, der endet, wie er enden muss, eine Geschichte, die endet, wie er enden, wie sie enden muss und trotzdem auf ihren kompletten, hier die PDF-Datei 272 Seiten äußerst angenehm zu lesen ist, soweit so angenehm diese Themen eben sein können und ich möchte auch wirklich empfehlen, hier mal einen Blick reinzuwerfen, ich kenne die Buchvorlage nicht, vielleicht hole ich mir, wie gesagt, da hole ich den Film nochmal irgendwann nach, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, es ist einfach, wer so Bock hat auf, sage ich mal, Coming of Age und diese Themen, für den kann das hier auf jeden Fall was sein, erscheint übrigens, bei Blumenbar und Blumenbar ist irgendein Sublabel von dem Verlag, da muss ich gerade nochmal genau googeln, wo das gewesen ist, aber hatte ich noch nie gehört beim Auerhaus, nee, quatsch nicht Auerhaus Verlag, beim Aufbau Verlag, so rum, habt ihr schon mal, lieber Breedstorm, hast du schon mal vom Auerhaus gehört, von dieser Geschichte oder gar vom Aufbau Verlag, von der Blumenbar, sagt dir das was? Zu Auerhaus fällt mir nur ein in the middle of a street. Tatsächlich ist das Auerhaus und der Name des Auerhaus ist basiert auf einem Song, ja, nicht irgendein Song, darum geht es auch in dem Dings, hier, von Madness, Auerhaus, der ist recht bekannt. middle of a street, ja. Ist das der, ja? Jetzt sind die erste im middle of a street, perfekt, genau, darauf basiert dieser Name, wird da anders geschrieben, aber das ist der Grund für den Namen des Hauses, das natürlich nicht Auerhaus heißt, das wurde immer Auerhaus genannt, das kommt im Comic gar nicht durch, das ist wohl dann im Buch, glaube ich, Thema, weil diese WG, diese Kids, haben ständig diesen Song gehört, der halt mega der O-Wurm war, als sie 82 erschienen und deswegen haben alle Nachbarn das Ding irgendwann Auerhaus genannt, weil ständig Auerhaus aus diesem Ding rausgebrüllt worden ist, alle haben mitgesungen. Das ist wohl der Hintergrund dazu, der Autor meinte, er hätte versucht, das ganze Werk relativ zeitlos zu gestalten, so dass es theoretisch auch noch in 10, 20 Jahren funktionieren müsste, ist ja angesiedelt in den 80ern, die machen ja Abie 87, aber es wirkt tatsächlich thematisch wirklich relativ zeitlos, es gibt selten so Situationen, wo du merkst, wann es spielt, unter anderem dann, wenn es um den tragbaren Röhrenfernseher geht, ist alles ganz schön, finde ich top. Würdest du es lesen, Breedstorm? Ich würde zumindest mal reinblättern. Das tut garantiert nicht weh. Patrick, Auerhaus, klingt das ja was, wo du mal reinschauen würdest? Es klingt nicht verkehrt, auch ich bilde mich ab und zu mal ein bisschen weiter. Sehr gut, und damit ich mich ein bisschen weiterbilden kann, lausche ich jetzt dir lieber Patrick, wie du uns deinen zweiten Comic-Foto vorstellst. Ach, verdammt. Ich habe Überleitung. Ich habe jetzt von Egmont den Comic Gaukelei, das Buch der Verdammnis, ist bei Egmont erschienen, unter dem Label Bang Comics, kostet 14,99, also es ist mal jetzt nicht einer der überteuerten Disney-Comics. Und ja, es ist die Origin von Gundel Gaukelei. Und hier ist das seltsame, das habe ich auch in der privaten Gruppe thematisiert, wir kriegen hier auf dem Cover im Impressum auch online nichts zu Gesicht. Wer ist der Künstler oder die Künstlerin dahinter? Wie bei den lustigen Taschenbüchern früher, oder wie bei Don Rosa, wie bei Karl Barks, die wurden früher einfach in den Comics nicht genannt. Finde ich ein bisschen schade, da nicht zu wissen, wer dahinter steckt. Nicht, dass man sagt, oh, es war jetzt eine Disney-KI. Und ja, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass Gundel Gaukelei, am Anfang ist sie die Tochter von einer der Angeseh... die Enkelin von einer der angesehensten Hexen. Und sie steht kurz davor bei einer Hexengala sich als Hexe präsentieren zu können. Und deswegen will sie natürlich alle beeindrucken und studiert einen sehr, sehr mächtigen Zauberspruch ein. Nur will sie so dermaßen oft kackern, dass sie sich natürlich da mit dunkler Magie auseinandersetzt. Und als sie diesen Zauberspruch auf der Gala vollführt, passieren so ein paar Missgeschicke, dass sie dann dieses Buch der Verdammnis suchen muss und das, was passiert ist, ein bisschen rückgängig zu machen. Und ja, es war am Anfang wirklich erfrischend, deine Gundel zu erleben, die noch nicht komplett hast zerfressen ist. Ja, sie hat schon eine kleine Abneigung gegenüber anderen Personen, aber sie lässt die Nähe zumindest zu und im Verlauf des Buches hat man das Gefühl, dass es jetzt quasi nur noch bergab geht, also ein Strudel der Verdammnis beziehungsweise der Weg nach unten, was ich so ein bisschen schade fand, aber das Ganze hat einen sehr, sehr netten Stil, also man könnte es fast schon als goffig-artigen Comic bezeichnen, es ist fast nie Tag in diesem Comic, es ist immer wieder mal durchleuchtet von Zaubersprüchen und so, es liest sich wirklich angenehm und man erfährt zum Beispiel auch, wo ihr Rabe, der in den Comics nimmermehr heißt, wo der herkommt zum Beispiel und gerade wenn dann diese Lichteffekte einsetzen, hat das was schön effektvolles, was ich jetzt hier so ein bisschen auch eine nette Message finde, auch das Umfeld ist ihr irgendwie, obwohl sie Kacke baut, nicht komplett abgeneigt, sondern sie kriegt dann eine zweite Chance, sie, man hat Verständnis für sie, was man eigentlich von Gunnel Gaukeler und ihrem Umfeld nicht ganz gewohnt ist, es passt mir nur noch nicht so sehr in das Entenhausen, also man hat jetzt kein Dagobert hier, man weiß noch nicht, wie es mit dem Glücksszene anfängt und so, für mich wirkt das Ganze dadurch eher wie so der Prolog zu einer etwas längeren Geschichte, also die Handlung ist mit diesem Band nicht auserzählt, aber man merkt, ja, sie muss dann am Schluss, sie hat dann am Schluss ihre große Quests, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, ich war davon angenehm überrascht, also auch von den düsteren Thronen, ich habe teilweise vergessen, dass es sich hier um Enten handelt und wie sie das Ganze noch in Entenhausen integrieren oder ob sie das noch integrieren wollen, ich bin mal gespannt, hoffen nur, dass es jetzt nicht kontinuierlich mehr nach unten geht und man dann am Schluss eine komplett Hass zerfressene Gundel hat. Ja, das ganze Ding erscheint ja bei Egmont Bang und ich glaube Egmont Bang ist ja wieder so ein Sublabel, so ein Imprint von Egmont, das sich tendenziell an ein jüngeres Publikum richtet. Kommt das durch? Ist das so, dass du glaubst, okay, finde ich als Teenie vielleicht auch meinen Spaß dran oder hattest du da auch als Erwachsener gereifter Mann, konntest du auch was dran finden? Ich konnte das eigentlich blöd, du hast schon gesagt, dass du was dran finden konntest, ich will eigentlich wissen, ob dieses Teenage Ding da durchkommt. Dieses Teenage Ding kommt natürlich durch und sie hat am Anfang, sie hat auch eine Romanze, aber die wird relativ kurz gehalten, also wenn du jetzt die Befürchtung hast, oder es mit zu viel Teenie geflirrt, nein, es ist immer wieder mal da, aber es nimmt nicht eine so große Rolle ein, dass mich das abgeschreckt hat. Vielen lieben Dank nochmal an Egmont, die uns dieses Buch ja als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt haben. Ich habe hier ja auch die PDF des Buchs vor mir und das Ganze hat mich optisch schon sehr überrascht. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes, als ich mit den ganzen Schnabeltieren verbinde und ist einer von zwei Schnabeltier Comics, die du mir zuletzt gezeigt hast, die mich ein bisschen überrascht haben. Vielleicht zu dem anderen an anderer Stelle mal mehr. Es ist was, was ich nicht kaufen würde, weil es mich weder thematisch noch von den Figuren her noch sonst in irgendeiner Form anspricht, aber ich finde es toll, dass man hier mal versucht, auf andere Zielgruppen zuzugehen. Würdest du damit den Nachwuchs anfixen wollen, um anfixen zu benutzen, lieber Breedstorm, ein Wort, das wir ganz oft benutzen, wäre das was. Würde ich gerne tun, aber es würde nicht viel helfen. Im Gegensatz zu dir ist man hier in diesem Haushalt leider nicht so offen, da ist jetzt Pokémon der absolute Shit und das Einzige, was die zum Lesen bringen kann, sind mit Büchern, wo so 5000 Pokémons erklärt werden können. Wie heißen die? Was können die? Das ist das Einzige, was irgendwie funktioniert, aber alles andere können vergessen. Ich habe hier noch so einen kleinen Einwand, mit wem man damit anfixen könnte. Man könnte Tim Burton Fans damit vielleicht anfixen, Leute, die wirklich viel mit jungen Hexen lesen. Gerade das Thema ist ja aktuell auch wieder sehr präsent, also junge Hexen. Und wer so ein bisschen Fable für den Gothic Stil hat, ich finde das sticht wirklich angenehm aus dieser Disney Masse heraus. Schön. Angenehm aus der Disney Masse herausstechen ist ja voll das gute Stichwort, weil das eine Überleitung sein könnte, die voll gut passt. Was gibt's bei dir in Comic Nummer 2? Bei mir gibt's Was du nicht siehst, also nicht was du nicht siehst, sondern so heißt der Band. Aus dem Hause Reprodukt. Wow. Sorry. Was du nicht siehst, ist geschrieben und gezeichnet von Luke Pearson, den die meisten wahrscheinlich aus der Hilda Reihe kennen. Hilda und die Mitternachtsriesen und so weiter und so fort. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich auf dem Band kam, ob der vielleicht im anderen Podcast besprochen wurde, ob der vielleicht im Netz gefunden habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall befand er sich auf meinen Lesestapel und da habe ich ihn runtergezogen. Krass. Mein Blon. Sorry, ich versuche das Wort und nicht dauernd einzubauen als Füllwort. Das ist mein neuer Task und es klappt leider nicht besonders gut. Naja, Luke Pearson beschreibt in diesem Band Dinge, die wir nicht sehen, wenn wir nicht hinsehen. Zum Beispiel beim Ende einer Beziehung gibt es so bestimmte Gefühle und Emotionen, die nicht besonders gut sind. Aber wenn ihr euch rumdrehen würdet, würdet ihr sehen, warum das so ist und was da vielleicht für Wesen im Schatten lauern, die das Ganze beschreiben. Ich möchte davon nicht zu viel spoilern, weil vieles lebt davon, dass man diese Dinge auf den Seiten entdeckt, aber wir sehen hier gleich am Anfang eine Szene mit einem Pärchen, ein junger Herr und eine junge Dame, die einander gekuschelt im Bett liegen, der Herr kuschelt sich immer näher dran und die Dame sagt, nicht, hör auf, ich bin noch gar nicht wach, Herr Gott, es ist Sonntag und er sagt, juhu, Sonntag, früher haben wir da, sagt sie, was, was willst du, sagt er, früher hattest du wenigstens noch Lust drauf, ich meine, du willst einen Freund oder willst du nur nicht allein sein und das ist der Moment, wo sich so eine besondere Atmosphäre über das Gespräch senkt und wir sehen ihn, wie er im Bett liegt, seine nicht bekleidete Freundin vor ihm liegt, die nicht so richtig Lust hat auf ihn im Moment und wir sehen, dass sich da von hinten so eine dunkle Gestalt komplett in schwarz mit so ganz langen Fingern an ihn heranschleicht, ihm die Finger von hinten in den Kopf und an die Zunge greift an den Mund und lässt ihm was sagen, du bist ist exemplarisch für viele Szenen vom Ende einer Beziehung und von auch anderen Enden, die hier stattfinden, wo wir ganz ganz viele Wesen sehen, die das Handeln von den Leuten in diesem Band so ein bisschen beeinflussen und die Emotionen sehr sehr gut ausdrücken, die in dem Moment auf einen kommen. Ob das jetzt real ist oder nicht, das müsst ihr dann selber entscheiden, aber das ist auf jeden Fall ein Comic, den ich wirklich jedem empfehlen kann, der wirklich für Comic-Kunst mal was lesen will. Also nicht nur hier ist Lies of Lies, hier Junge geht in die Schule, welche Mädchen findet er schön, sondern einfach wirklich künstlerisch dargebracht, oberflächlich künstlerisch dargebracht, Emotionen im Hintergrund unglaublich richtig gut gezeichnet, also mich hat das Ding richtig gut erfüllt und jetzt kommt das Beste, ihr könnt es nur noch an die Quatsch machen, weil ich glaube, der Band ist von 2011 schon. Aber holt euch das Ding optisch wirklich einen Kracher, obwohl es schwarz-weiß mit vielen vielen Orangetönen da drin gezeichnet und es macht einfach nur Spaß, obwohl das natürlich auf den ersten Moment nicht ein lustiges Thema ist, aber es ist unglaublich gut umgesetzt. Das war wahrscheinlich einer der besten Comics, die ich den letzten Monat gelesen habe. Wow, das war eine Aussage. Finde ich auch sehr interessant, ich würde es mir tatsächlich mal anschauen, man kriegt das, wie du sagst antiquarisch, aber auch bezahlbares Geld, das sieht toll aus, in der Leseprobe können wir auch die von dir beschriebene Szene ganz genau uns auch angucken. Es sind ja auch gerade mal 40 Seiten, ist das ein bisschen größer wie so ein Album? Nein, es ist tatsächlich eher wie so ein DIN A5 Schulheft als Hardcover, so ist es gemacht, aber es passt. Ja, finde ich gut, gerade weil du sagst, dass diese Gattom-Comic und dass man dazu halt was für Möglichkeiten bietet, dass sie genutzt wird, finde ich toll. Ich glaube, da ist auch viel von dem, was so zwischen den Panels passiert, sicher was, was die Geschichte ausmacht, könnte ich mir gut vorstellen. Ich vermute mal, Pettig, das wäre was, wo du auch Bock drauf hättest, oder? Ich hätte auf jeden Fall Bock, ich habe es auch schon in den Warenkorb hinzugefügt, also man kriegt das Ding aktuell für einen vernünftigen Preis. Ich habe auch Hilda gelesen, driftet, aber es ist super interessant, also ich bin direkt angefixt nach den vier Seiten Leseprobe, die ich hier gesehen habe, für einen Kindercomic, auch mal wieder was nett Düsteres, finde ich gut. Es ist kein Kindercomic, also das ist definitiv an erwachsene Leser gerichtet. Oh, okay. Sehr gut. Wir haben ja gemerkt, die Grenzen sind da irgendwie fließend aktuell anscheinend. Ja, also ich würde das ein Kind, also im Sinne von vor der Pubertät auf keinen Fall in die Hand geben, tatsächlich. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Comic des Tages, das ich einem Kind, wenn überhaupt nur aus geschichtlich relevanten Gründen in die Hand drücken würde. Die Rede ist von Necropolis und quasi Tod steht drauf, Tod ist drin. Geht schon damit los, dass die ersten Seiten uns einen Splashpage mit ganz vielen Grabsteinen präsentieren und warum ist das so? Unser Protagonist in dem Fall ist das vermutlich der Autor der Buchvorlage Boris Pahor besucht eines der fünf Konzentrationslager, die er überlebt hat. Und wir sehen auf dieser Splashpage richtig viele Kreuze, die natürlich repräsentativ stehen für die Abermillionen Menschen, die gestorben sind in diesen Lagern. Boris Pahor, der immerhin dann doch 108 Jahre glaube ich alt geworden ist, von 1913 bis 1922 hat er gelebt, hat dieses Buch geschrieben, auch mit demselben Titel, es war wohl mega der Erfolg und der Juri, ein ganz junger Mann, Jahrgang 97, hat sich dran gemacht und hat wohl proaktiv den Kontakt aufgenommen und wollte dann daraus ein Graphic Novel, einen Comic machen und natürlich gibt es auch gewisse Parallelen bei der Thematik mit Maus, Maus ist ein Meilenstein und Magnus Opum ein fantastisches Werk und hat deutlich mehr noch Ebenen, was aber nichts daran ändert, dass Necropolis wirklich ein Comic geworden ist, der ultra bedrückend ist, der eine Poesie daherbringt, eine düstere Poesie, eine Melancholie und auch eine Stimmung vermittelt, die ihres gleichen sucht. Unser Protagonist, dieser Boris, der läuft eben hier im Hauptteil dieses Comics durch dieses Lager und an verschiedenen Stationen im Lager erinnert er sich an verschiedene Momente, die er dort im Lager hatte, wie das war, als dieser eine Fluchtversuch gemacht hat und er mit einem Hochsprungstab über den elektrischen Zaun springen musste, es auch schafft, natürlich wird er dann gefangen und der Lagerleiter sagt ihm, ja, versuch's nochmal und wenn du's dann nochmal schaffst, dann bist du frei und ziemlich Angst, weil er darf diesen Zaun wirklich nicht berühren, sonst stirbt er halt, er steht voll unter Strom, also probiert das nochmal und er schafft's auch gerade so und natürlich wird er dann vom Lagerleiter halt gefangen genommen und umgebracht und das meinte er mit frei und dann haben wir viele weitere Dinge in eine andere Situation ist wie an diesem Verbrennungsofen viele Jahre später er geht zu spazieren in diesem Lager und da ist ein junges Mädchen und dieses junge Mädchen tanzt quasi ein Stück weit um diesen Ofen drumrum und hat dabei sichtlich Spaß, sie ist nämlich ein kleines unschuldiges Mädchen, das einfach ein bisschen tanzen will und ein bisschen glücklich ist und überhaupt nicht die Schwere und diesen Tod letztlich da wahrnimmt, das ist ein Bruch, der hier aufgemacht wird, der sicher in der Wufvorlage auch so rauskommt, aber der wirklich sehr unterhaltsam ist. Ich will jetzt immer ein bisschen schwer, dann hier jetzt einzelne Textpassagen noch raus zu suchen, die dann das Ganze dabei auch in irgendeiner Form beschreiben, weil das wirklich sehr poetisch daherkommt. Ich will das eigentlich nicht vorwegnehmen, das sollte man mit jedem einzelnen Wort für sich selbst entdecken, aber die Übersetzung tut ihr wahrscheinlich hier übrig ist, das ganze Ding kommt aus Slowenien, Slowenien war Gastland oder Ehrengast viel eher, die ist ja bei der Frankfurter Buchmesse und die Übersetzung ist hier wirklich sehr gut geglückt, nur ein Schwarz-Weiß, ultra bedrückend und gleichzeitig doch irgendwie hoffnungsvoll, was nach Aussage vom Juri, dem Zeichner, dem Illustrator, der den Boris, der die Textvorlage gemacht hat, immerhin eine Handvoll mal getroffen hat, noch bevor er gestorben ist. Diese Hoffnung, die dieses Werk in irgendeiner Form ja dann doch auch noch versprüht irgendwie, die war wohl auch Teil der Kernaussage von Boris, dem KZ-Überlebenden und im Endeffekt trotz alledem kommt diese Hoffnung hier nach Lektüre des Comics auf jeden Fall durch. Necropolis erschien beim Schaltzeit Verlag, den wir ja auch schon diesen Dragman zum Beispiel zu verdanken haben, der auch ja den Max- und Moritz-Preis bekommen hat und auch bei Necropolis wäre ich nicht überrascht, wenn das nochmal irgendeine Form von Ehrung, Preis, Aufmerksamkeit, was auch immer bekommt. Ganz großes Kino, beide Daumen nach oben für Necropolis und das trotz des wirklich schwierigen Themas und des der beeindruckenden Düsteren der Präsentation einfach von genau dieser Geschichte. Ein Comic gegen die gute Laune, Patrick, hast du Bock? Ich war mit dir auf der Buchmesse doch auf dieser Vorlesung und ja, ich hab diese bedrückende Stimmung gespürt, also das ist wirklich beeindruckend, was da schon allein durch die Bilder macht. Der Comic hätte noch nicht mehr großartig Worte gebraucht, die Bilder sprechen schon so viel für sich, dass sich das auch ohne richtig depressiv zurückgelassen hätte. Wir haben auch gemerkt, dass diese Übersetzung dann dazu nochmal wirklich sehr, sehr gut herausgearbeitet wurde, dass das nochmal das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen ist und den nochmal einen zusätzlichen Schlag in die Magengegend verpasst. Ich war beeindruckt. Ich hoffe, das gewinnt noch ein paar Preise und auch da das Thema, ja, viele der Comics, die du vorstellen musst, irgendwie was depressives, ohne dass ich da jetzt drüber lachen will, aber ja, du ziehst uns immer wieder mal ein düsteres Gefühl und Ja, das haben wir schon festgestellt, wenn wir jetzt mal ein paar Sachen ausklammern wollen, da können wir dann gerne später bei dem Manga nochmal drüber sprechen, dass wenn es darum geht, um die Frage, wo liegen eigentlich Presseschwerpunkte, was sind aktuelle Veröffentlichungen, womit versucht man ein ganz klassisches, ich benutze das Wort Graphic Novel in dieser Ausgabe sehr oft, aber Graphic Novel Publikum anzusprechen, das sind relativ oft düstere Themen, also ein richtiger Happy-Go-Lucky Comic war da lange nicht dabei, außer ich habe irgendwas nicht im Sinn, irgendwas vergessen, aber es ist schon viel düsterer Schüssel am Start hier, auch bei den Comic-Cookies, lieber Breedstorm, das wäre garantiert was für dich, den müsstest du mal lesen, geht auch relativ fix von der Hand und sieht wunderschön aus, machst du es für mich? Ich mache es für dich, ich habe das schon auf die Liste getan. Fantastisch. Fantastisch, dann sind wir in Runde 3 schon, klasse, oder? Wir sind hier richtig gut am Start, denn in dieser Ausgabe ist der Andi ja leider nicht dabei, das heißt, wir kümmern uns jetzt um unseren jeweils dritten Comic und der Patrick ist wieder mit einem Rezensionsexemplar mit dabei, richtig? Genau. Wir haben jetzt von Hayao Miyazaki Shunas Reise, der ist jetzt bei Reprodukt erschienen, endlich mal, der Comic beziehungsweise der Manga, der ist von 1983, also es hat jetzt 40 Jahre gedauert, bis man etwas von Hayao Miyazaki veröffentlicht und da direkt eine kleine Korrektur, Shunas Reise ist kein klassischer Manga, wird auf Japanisch ein Emono Gatari genannt, also eine Bildergeschichte mit vielen Bildunterschriften und es geht darum, dass unser Shuna bekommt ein Korn, eine Samenprobe von einem westlichen Land überreicht und er macht sich da jetzt mit seinem Jakul, also das sind diese Hirschkühe, die man aus diversen Miyazaki-Filmen kennt, zum Beispiel aus Prinzessin Mononoke, man kennt das auch aus Zelda und diversen Anime-Verfilmungen, bei denen mindestens mal ein Studio Ghibli-Mitarbeiter dabei war, daher kennt man die, das ist das Vieh auf dem Cover und da macht er sich dann auf die Suche nach der Quelle des Kornes, vorher wird er natürlich noch von seinem Dorf verstoßen und zwischenzeitlich kommen so Themen auf wie Sklaverei, er trifft auf so ein Sklavenmädchen, das ihm dann auf den Weg hilft, sie gehen jetzt auf die Suche nach dieser nach diesem Korn und dabei ist die Gegend sehr gefährlich, also für ein Miyazaki-Buch beziehungsweise für eine Miyazaki-Story ist das sehr düster, ungewohnt düster sogar, dass unser Held hier von der Umgebung verstoßen ist, das ist man von Miyazaki eigentlich gar nicht gewohnt, weil das sonst sehr familienfreundlich ist, sehr sehr offen ist und irgendwie was Positives ausstrahlt, den Hintergrund, dass es auf einer Legende aus Tibet basiert, also auf einem Volksmärchen, der Prinz, der sich in einen Hund verwandelt und das war eine Idee, die wollte er unbedingt mal als Animationsfilm umsetzen, hat dafür aber nie das Go bekommen, deswegen hat ihn dann ein Verlag kontaktiert, der dann gesagt hat, hier, wie sieht's aus, macht da einfach ein Buch draus und er hat dieses Buch handgezeichnet, diese Bildunterschriften versehen und das merkt man, also dieser detailverliebte Miyazakis, die Aquarellige, den spürst du hier auf jeder Seite, du hast hier Aquarellige Panoramen, also Landschaftsaufnahmen, du hast hier teilweise sehr düstere Bilder, ich will jetzt nichts spoilern von was für Wesen, von Sklavenhändlern, das Ding bietet wirklich einiges an Schauwert und ja, es ist wirklich beeindruckend, jeder, der Miyazaki-Fan ist, sollte sich diesen, diese Bildergeschichte, ich will mir jetzt nicht nur mal die Zunge brechen bei dem richtigen Wort, sollte sich das wirklich geben, ja, es ist wirklich ein Muss für jeden Miyazaki-Fan und dass das endlich nach Deutschland gekommen ist, dafür können wir Reprodukt wirklich danken, es ist für mich einer der schönsten Mangas, den ich dieses Jahr gelesen habe, neben, wo hab ich's gelesen, neben dem anderen Manga, den ich dieses Jahr vorgestellt habe, wie hieß das, ich hielt es ja auch egal, im Prinzip ist das der kleine Bruder von Prinzessin Mononoke, der kleine depressive Bruder, also auch unser Held, sieht sehr aus wie der männliche Hauptcharakter von Prinzessin Mononoke, es ist eine kleinere Geschichte und trotzdem es macht Spaß, das zu entdecken, ich kann mir auch vorstellen, dass das für Kinder, die nicht ganz so schreckhaft sind, auch eine schöne Vorleselektüre ist, also ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen für alle, die jetzt hier mal wieder was schönes Bildgewaltiges sehen wollen, ich habe sogar hier den Vergleich herangezogen, es ist in Relation dazu wie der Haubezüttel der Herr der Ringe, also wirklich der kleine Bruder, aber es ist eine schöne Entdeckung dieses Jahr, Ach, Kai Kissen hieß der andere Manga, den hat ich dieses Jahr auch Kai Kissen und das sind für mich so die zwei schönsten Mangas, die ich dieses Jahr gelesen habe. Ja, sieht wirklich schön aus, es ist einfach, ich glaube, ja, es sind jetzt ja nicht in dem Sinne großartig Sprechblasen drin oder so, es ist wirklich viel, aber ich hätte jetzt hier auch Angst, den zu schnell zu lesen, weil da vielleicht ein bisschen was untergeht, jetzt mal Hand aufs Herz, wie lange hast du gebraucht, das Buch zu lesen? Eine Zugfahrt, aber ich habe mir da auch ein bisschen Zeit genommen und ich kann es dir auch gerne leihen, es macht hier mehr her, wenn du das in der Hand hältst, schon allein wegen der Haptik, das ist nichts, wo ich sage, lest hier die PDF der Zeit dazu, sondern ich finde, der lebt auch wirklich von seiner Haptik, von seinen Schauwerten und jeder, der Miyazaki Film liebt, wird auch das Ding lieben, man vermisst vielleicht die Musik untermahlung, das war es auch, was ich an Kritikpunkten hinzuzufügen habe und vielleicht, ja, es liest sich ein bisschen schnell, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Ding, also sehr, sehr schöner Manga, beziehungsweise Bildergeschichte. Ja und es ist schon auch optisch, wenn ich mir so das Gesicht der Protagonistin anschaue, du hattest den Vergleich ja glaube ich zur Prinzessin Mononoko auch gezogen, das ist schon auf jeden Fall ganz klar, wo das herkommt alles. Es gibt ja auch Verweise zu Prinzessin Mononoko und das Schloss im Himmel, also viele der Themen, die du später auch im Miyazaki-Film findest, das hat hier seinen Anfang gefunden. Es ist auch schön, wirklich mal den Ursprung davon kennenzulernen, gerade bei Miyazaki, der ja jetzt nach seinen letzten Ankündigungen gesagt hat, ach übrigens, der letzte Film, das wird doch nicht mein letzter sein, also er hat schon achtmal seinen Rücktritt angekündigt und hat dann gesagt, ja nee, einen mach ich noch, also quasi, wie Otto Weick gesagt, einen hab ich noch, einen hab ich noch. Er ist Kai aus der Kiste, der immer wieder sagt, ja, ich mach jetzt doch nochmal ein Anime. Das ist ja von 1983 und hat so lange gedauert, bis es hier ankommt, ist eigentlich echt interessant, ne? Ist das schon, also ist das denn erzählerisch rund, gerade wenn es vielleicht doch so ein Frühwerk ist? Ja. Kann ja sein, dass er da noch gesammelt hat, Berufserfahrung. Nee, es hat im Verhältnis zu anderen Miyazaki-Geschichten ein offenes Ende, aber es fühlt sich trotzdem sehr, sehr rund aus an. Im Prinzip ist das Ende okay, was fangt ihr jetzt damit an? Ohne jetzt wirklich da ins Detail gehen zu wollen und man erkennt auch so ein paar Wesen, die man aus anderen Studio-Ghibli-Filmen zum Beispiel aus Prinzessin Mononoke und das Schloss in den Wolken vielleicht kennen könnte. Könnte das hier auch eine Vorlage für einen Film sein? Könntest du dir das vorstellen? Ja, könnte ich mir. Gerade Miyazaki schweigt ja sehr in Panoramen, auch bei Prinzessin Mononoke, bei Nausicaa gibt es ja auch wirklich Stellen, wo sie sich minutenlang in den Landschaftsaufnahmen verfangen. Übrigens wie bei Herr der Ringe, also auch da könnte ich mir vorstellen, dass sie das mit der Bildgewalt auffangen könnten. Auch wenn ich sage, inhaltlich ist da jetzt nicht ganz so viel wie bei anderen Miyazaki-Storys. Aber ich traue es Ihnen zu. Es sind ja schon auch 160 Seiten, ne? Aber es sind 160 Seiten. Dieses Thema Sklaverei kommt zum Beispiel in dem tibetanischen Märchen nicht vor. und man muss jetzt dazu sagen, dass Gerste in Tibet eins der Grundnahrungsmittel ist. Deswegen ist es hier auch sehr von dieser Gerste getrieben, dieses Dorions ist auch da eine kleine Liebeserklärung daran an dieses Nahrungsmittel der Tibeter. Nur haben wir hier den Ton noch mal ein bisschen auf düsterer gemacht. Eben diese Sklaverei-Geschichte, die hat so in der Originalgeschichte nicht stattgefunden. Das ist so ein Aspekt, um den hat Miyazaki das Ganze erweitert. Also ich kann mir vorstellen, wenn da ein Film draus werden sollte, dass man das auch noch um andere Element Verweise erweitern könnte. Problemlos. Absolut. Lieber Breedstone, ich weiß nicht, ob du schon mal Gerste gegessen hast, aber vielleicht hast du ja trotzdem Bock auf diesen. Das ist ja kein Comic, ich werde diesen Fachbegriff jetzt hier nicht benutzen. Interessiert dich das? Studio Ghibli? Also ich habe das schon gesehen mit meinen Kindern zusammen, aber wenn man das glaube ich als Kind selber nicht viel gesehen hat, kann man da nicht ganz so connecten. Das ist immer noch, natürlich sehe ich es sehr gut gemacht, aber ich habe nicht diese Emotionen dazu aufbringen können, die du als Kind aufbringst. Und es ist wie die alten Studio Ghibli-Filme wirklich alles komplett handgezeichnet, also auch die alten Studio Ghibli-Filme, wenn man sich das anschaut, das war alles handgezeichnet damals und schon allein für den Aufwand schätze ich auch diese alten Werke sehr. Interessant. Ja, das ist also was, wo wir glaube ich sehr dankbar sein können, dass wir das hier auf dem deutschen Markt inzwischen haben. Danke Rebprodukt, dass ihr das Ganze nach Deutschland geholt habt und natürlich auch danke für das Rezensionsexemplar. Danke auch an die Eltern von Breedstorm, der uns jetzt seinen dritten Comic vorstellt. Ja, ich werde es ausrichten, ich habe jetzt passenderweise Ralf König Stehaufmännchen dabei. Sehr gut. Ja, am Anfang habe ich Ralf König immer hauptsächlich wegen den Klassikern mir so gekauft, aber mittlerweile ist das eigentlich fester Bestandteil, dass ich nahezu alles kaufe, auf dem Stapel lege, was er so gemacht hat. Das ist jetzt das Stehaufmännchen aus dem Jahre 2019. Das Stehaufmännchen ist so eine Art Fortsetzung zu Alphamännchen, dass er davor rausgebracht hat, wo es darum geht, wie der erste Affe, Menschenaffe, wie immer man das nennen will. Falls ihr genaue biologische Bezeichnungen dazu aufbringen möchtet, schreibt mir gerne unter info.rtele-stammtisch.de Und ja, worum geht es in Stehaufmännchen? Also in Stehaufmännchen gibt es natürlich immer noch das Alphamännchen. Was der Chef quasi von so einer Gruppe von Affen, Menschenaffen, wie auch immer ist, der da einfach alles dominiert hat. Man muss den ersten Band aber nicht gelesen haben, diese Information reicht vollkommen auf. Wir haben da also einen Stamm von Affenmenschen, wo einfach einer der große Chef ist und der darf alle Weibchen begatten, wie das halt früher so war. Wenn man der größte, schönste und stärkste war, dann war das halt so und alle anderen mussten sehen, wie sie bleiben. Klammer auf, nicht alle finden es schlimm, dass sie nicht die Weibchen begatten müssen, weil die Männchen sind dann quasi dazu verdammt, zwangsschwul zu werden und der heimliche Protagonist dieser Serie findet das eigentlich ganz gut, dass er keine Weibchen begatten muss und er ist höchst aufgebracht davon, dass er plötzlich, als plötzlich einer Alphamännchens Machtanspruch angreift und will plötzlich auch anfangen, die Weibchen zu begatten. Weil er sagt ja, was ist da, was ist jetzt mit zwangsschwul und so, das hat sich doch bewährt über die ganzen Jahre hinweg und so weiter und so fort und es gefällt ihm halt überhaupt nicht, dass jetzt plötzlich dieser Ansatz, dass jeder alles darf, da so reinkommt, dann fangen die Weibchen auch noch an und sagen, ja, wir finden es auch doof, jedes Mal, wenn unsere Pobacken rot leuchten, versucht uns jemand zu begatten, das finden wir auch nicht gut. Dann gibt es natürlich, wie sich das für einen richtigen Ralf König dazu gehört, gibt es natürlich auch eine Redelsführerin bei den Weibchen, die sehr an eine, ja sagen wir mal, sehr emanzipierte, lesbische Frau angelehnt sind und die reden da natürlich auch mit und die wollen natürlich auch was vollkommen anderes und trotzdem merken, sagt man, also Alphamännchens wird immer schwächer und plötzlich ist es soweit, ein neuer Anführer steht auf und er hat nicht nur die Idee, alle sollen mal die Weibchen irgendwie begatten dürfen und, sondern er hat auch noch die Idee, er möchte aufrecht gehen, daher der Name stehe auf Männchen und da werden alle möglichen Argumente dazu und dagegen gefunden, warum man das machen sollte, warum man das nicht machen sollte, warum fängt man plötzlich an Fleisch zu essen und auch unser, ja, ich würde sagen, an einen homosexuellen, sehr angelehnte Protagonist sagt sich so, ja, ist aber alles komisch mit dem Aufrechtstehen, er verliebt sich aber so ein bisschen in einen, ja, schon eher menschenähnlicheren Mann, Junge, von einem anderen Stamm, also von einer anderen Gattung eigentlich müsste man sagen und versucht in dessen Nähe da immer zu kommen, was sehr, sehr interessant ist und das Ganze ist natürlich nur ein Rahmen für sehr viel Gesellschaftskritik, wie das bei Ralf König öfters mal zu sehen ist und natürlich bei Ralf König ist es immer ein Rahmen, um sehr, sehr viele Penisse zeichnen zu dürfen, um sehr, sehr viele behaarte Oberkörper von Männern zeichnen zu dürfen, das macht er hier natürlich auch sehr viel und man sieht, es macht richtig Spaß und mir hat das Lesen auch sehr viel Spaß gemacht, gerade diese gesellschaftskritische Komponente, die da reinkommt, diese, ja, diese Role Model für bestimmte gesellschaftliche Ausrichtungen, die hier drin vorkommen, die machen richtig Spaß und auch, das ist wieder einer von den neueren Ralf König Bänden von Rowold, die komplett in Farbe sind, im Hardcover, also richtig wertig gemacht, nicht wie die Schwarz-Weiß-Taschenbücher vorher, sondern richtig, richtig geil aufgemacht und da kann man richtig viel Spaß mit haben, endlich mal ein Feelgo Comic, endlich mal ein Feelgo Comic bei den Comic-Cookies, was ist hier bloß los, das ist ja, also top, also Ralf König, also was soll man erst sagen, ist ja ganz, ganz toll, ich hoffe, dass wir noch viele weitere Sachen von dem kriegen werden und ich bin mir sicher, dass wir da auch irgendwie mal was zum Lebenswerk machen müssten, ich hab Bock, ich glaub's lesen, ich vermute mal, du hast dann auch eine stabile Ralf König-Sammlung zu Hause stehen, oder Breedsome? Selbstverständlich. Hast du dieses verwirrte Zeiten eigentlich gelesen? Auch das hab ich gelesen, Herbst in der Hose und es macht einfach Riesenspaß. Absolut, ja. Ich find's auch krass, wie man natürlich, wenn man sich diese alten Ausgaben vom bewegten Mann mal in die Hand nimmt, hab ich hier mal vorgestellt, was da für Auflagenzahlen auch drin waren früher. Der Ralf König, der war ja auch auf dem offiziellen Plakat der Frankfurter Buchmesse mit abgebildet, als einziger Comikünstler. Also schon, das ist ein Name, der Ralf. Ralf König hat sogar früher zu Zeiten als Leger-Legende da gearbeitet, hat zusammen noch mit Walter Mörs, als er sich noch nicht aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, Signierstunden abgehalten. Auch im Komplett und Extrabuchs. Würde auf jeden Fall passen. Was müsste passieren, lieber Patrick, damit du das Stehaufmännchen kaufst und liest. Oder zumindest liest kaufen, keine Ahnung. Hey, ich bin mittlerweile auch sehr angefixt und ja, auf dem Comic-Festival in München durfte ich ihn ja auch persönlich mal treffen. Also er ist auch so sympathisch. Seine Comics finde ich durchaus sympathisch. Ich mag seinen Stil, ich mag seine Gesellschaftskritik. Ich bin schon ein Fan, da müsste nichts mehr passieren. Ich würde es auch so lesen von meinem eigenen Geld. von deinem eigenen Geld. Ja, super. Das ist die Auszeichnung. Und ich sehe schon, Andi hat jetzt hier direkt den Titel für die neue Ausgabe. Muss auch gerade drüber nachdenken. Alle mal besser als gibt Schlimmeres. Nicht total kacke. Ja, schön. Gucken wir uns an, haben wir Bock drauf. Und das hatte ich übrigens auch bei meinem Comic, den ich jetzt vorstellen möchte. denn auch wenn ich alle drei Comics ich heute vorgestellt habe, gut und sehr gut fand, ist das hier wahrscheinlich der, den ich am besten von allen dreien finde. Die Rede ist vom Comic Das Schimmern der See von Adrian pur wie See erscheint jetzt ganz aktuell bei dem im Avant Verlag für 26 Euro kommt es daher, sieht ganz toll aus und ist ein Comic über die Zeit von Adrian auf der Sea-Watch 3. Die Sea-Watch 3, das ist so eines dieser Rettungsboote, die im Mittelmeer unterwegs sind und versuchen, den viel zu vielen Menschen, die da quasi flüchten, denen zu helfen. Denn die Situation auf dem Mittelmeer ist relativ deutlich so politisch gesetzt, dass quasi kein Land sich so richtig zuständig fühlt, da Menschen zu retten. Es gibt so gewisse Bereiche in Küstennähe, zum Beispiel in der Nähe Libyens, die theoretisch dann der libyschen quasi Küstenwache zuordnen sind und damit müssten theoretisch die Dinge machen und da Menschen retten, aber machen wir es kurz, machen sie nicht. Das machen auch viele andere Länder nicht, auch Italien findet immer wieder Gründe, Leute nicht aus diesen Booten zu retten und dann letztlich ja hoffnungslos untergehen zu lassen und diese Menschen von dieser Sea-Watch Organisation und in diesen Schiffen, die sind so ein bisschen so der letzte Anker vieler dieser Leute auf diesen Schiffen. Adrian war als quasi Reporter für 72 Stunden auf einem dieser Schiffe, auf dieser Sea-Watch 3 und all seine Erfahrungen, die, wie er selbst sagt, ihn traumatisiert haben, hat er in ursprünglich zunächst ein Tagebuch geschrieben mit leichten Illus, das Ganze wurde dann immer schon schön auf Social Media auch benutzt und dann hat er letztlich noch diese Graphic-Novel draus gemacht und ich hatte erst einen ganz besonders schweren Einstieg in diesen Comic, denn so die ersten zwei, drei, vier Seiten, da sehen wir letztlich Leute da bei so einer Übung auf so einem Boot und die stellen sich vor und machen Dinge und dann geht es darum, irgendwas aus dem Wasser zu ziehen und ja, ein bisschen tröge, aber dann war es geschehen, ich war sowas von drin, ab, keine Ahnung, Seite 10 spätestens, das war so ein Krimi, so ein Thriller, der sich über verschiedene Situationen dieser 72 Stunden zieht, wir lernen die Abläufe an Bord kennen, wir lernen kennen, was für Menschen da unterwegs sind, sowohl die, die da im Team retten, als auch die, die gerettet werden, der ganze Schiff ist beispielsweise in Schichten eingeteilt, vier Schichten, a sechs Stunden und du hast da einen Dauerstress, einen Dauerdruck, du hast da keine wirkliche Erholung in dem Sinne, die lernen beispielsweise Techniken kennen, damit die schnell und effektiv einschlafen, damit sie halt maximal viel Erholung aus ihren Schlafphasen rausziehen können, es gibt immer Druck, es gibt lebensbedrohliche Situationen, auch die Frage, wie näherst du dich an an einem Schiff, wann darfst du dich einem Schiff annähern, wenn bereits ein anderes Schiff da ist, wie ist deine politische Stellung zu denen, das ist alles wahnsinnig spannend und interessant, ich sag's wirklich, es ist ein Krimi, ein Thriller und es ist natürlich auch mal wieder sehr bedrückend im Ergebnis, weil letztlich ja, und das ist auch so das Fazit, was der Adrian gibt, die ganze Geschichte da auf dem Meer und mit den Booten und mit den Leuten, die da tagtäglich sterben, die gerettet werden und die auch ihr Leben geben, um Menschen zu retten, die ist ja eigentlich nur das Ergebnis von Entscheidungen, die an Land ja jetzt letztlich getroffen werden und da sieht er die eigentliche Baustelle, ich hab ihn dann auch gefragt, naja, wenn draußen die Welt untergeht, warum sollten wir dann noch Comics lesen, sollten wir nicht alle irgendwie der Sea-Watch 3 quasi beitreten und da jetzt versuchen irgendwie aktiv Menschen zu helfen, er sagt, nein, das ist gar nicht so, und er sagt, das bringt's nicht und das wäre ja auch das quasi Löschen des Brandes an der falschen Stelle, er ist Aktivist, das sagt er auch von sich und meint, dass wir halt hier an ganz anderer Stelle versuchen müssen, Menschen zu helfen, am Ende des Buches, seiner 72 Stunden, trifft er auch so ein bisschen das Fazit, in dem er sagt, naja, wir haben die Leute jetzt vielleicht gerettet oder was für Bedingungen und Umständen auch immer, jetzt sind sie vielleicht auch an Land in Europa, aber machen wir uns nichts vor, viele von denen werden wieder unter sonst was für Umständen und Situationen, werden die wieder abgeschoben, ja, auch junge Leute, gerade Kinder, keine Ahnung, haben die eine fertige Ausbildung und müssen trotzdem in ihr Heimatland zurück, es gibt da also letztlich auch für die, die es dann irgendwie irgendwo geschafft haben, ja auch keine richtige Hoffnung, sie sind halt nur nicht tot, das ist der einzige Unterschied, also er sieht hier viele Baustellen, das ist ein sehr bewegender, ein Comic, der die Menschheit nicht von ihrer besten Seite zeigt, der natürlich tolle Menschen zeigt, Menschen, die hier retten, die sind toll, das sind Helden, zumindest in einem gewissen Rahmen, wie man halt so Held sein kann in so einer Situation, aber so das Gesamtbild, was auf die Einwanderungspolitik, auf die Flüchtlingspolitik da geworfen wird, das ist schon ein ganz besonders bedrückendes und ja, wir können froh sein, in dieser Situation nicht zu sein, es kommt optisch auch wirklich sehr interessant daher, wir haben natürlich Nachtszenen, die sind sehr bedrückend, also da hat jemand so rote Augen, rote Augen, so ein rotes Stirnlicht auf dem Kopf und da geht es darum, warum ist das rot? Das ist rot, weil das Rot wohl nur ein Spektrum des Lichts darstellt und dieses Spektrum des Lichts, wenn man nur in rot quasi auf der See guckt, nach Vermissten schaut, wer hat hier eine Weste an, wer hat keine Weste an, wer wird weggetrieben und wer nicht, das wäre wohl ein Übergang zwischen diesen ganz dunklen Situationen, die es natürlich auch auf See total viele gibt und aber eben auch vielleicht einem Scheinwerfer von einem Schiff, das einem voll ins Auge strahlt und das wäre dann wohl irgendwie besser zu verkraften quasi, wenn man mit Rotlicht da die ganze Zeit agiert und da auch so ein Wechsel dann stattfindet. So ganz hundertprozentig durchdrucken habe ich diesen Punkt noch nicht, der hört gerne mal als Interview rein, das es bei mir gibt. Toller Comic, klare Empfehlungen, ist auch nach der Riss mindestens mal schon der zweite Comic dieser Art, der beim Avant Verlag erscheint. Beide Daumen nach oben, wieder mal ein Comic gegen die gute Laune, lieber Breedstorm. Du hattest dir vor nicht allzu langer Zeit ja auch so einen Sea-Watch-Comic vorgestellt, der erschienen bei Egmont, und richtig? Das war kein Sea-Watch, sondern Sea-Shepard-Koppeln war das. Da gab es Sea-Shepard, ja gut, das sind beides keine Regierungsorganisationen, die sich für Sachen einsetzen, die sich schützenswert achten. Bei Sea-Shepard geht es um Schutz von Wahlen, etc. Also deswegen würde ich das jetzt nicht direkt vergleichen, nur in dem Stil, dass beide sich selber organisieren und eigenständig was auf die Beine ziehen, wobei diese ganzen Seenotretter im Mittelmeer jetzt glaube ich von der Bundesregierung auch wieder Fördergelder bekommen haben. Das muss man schon sagen. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wirst du den hier lesen wollen? Zweifellos, das ist ja ein Thema, was aktuell nicht sein könnte, wenn man guckt in den Nachrichten, ist da jeden Tag wird berichtet, ist mal wieder was gekentert und das ist ein Problem, dem muss man sich auf jeden Fall stellen. So sieht es aus. Patrick, hättest du Interesse an dem Comic? Patrick. Ich habe jetzt auch hier in die Leseprobe nebenbei reingelesen und das ist schon direkt da sehr mitreißend, hat mich vereinnert, wo ich dachte, okay, das ist wirklich sehr andringlich geschildert, also ja, ich würde es lesen. Prima, dann haben wir den auch besprochen und kommen nun zu unserer großen Cookies Code Authority. da geht es heute um ganz viele Comics, denn der liebe Andi hat uns darauf hingewiesen, dass im September, in der 2. Septemberhälfte 2023, der Ultraverse Verlag ganz viele seiner Comics, locker 50, wenn ich hier eine Schätzung abgeben müsste, kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Was bedeutet das? Du konntest dann diese Comics, diese Manga auf den ersten Band von Reihen digital und legal online erwerben auf eben der großen Plattform mit A oder auf Tolino, ich glaube, das ist was Eigenes, keine Ahnung und da konntest du die quasi einfach kaufen, der Warenkorb muss nichts für bezahlen. Das heißt, ich habe 50 E-Mails dafür bekommen, dass ich einen Kauf getätigt habe. Habt ihr jetzt alle? Yes. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, da einzelne Sachen mal rauszugreifen und vielleicht so ein allgemeineres Fazit mal zu ziehen zum Portfolio bei Ultraverse, deren Verlag ist, der richtig durchgestartet ist. Die haben ja richtig Erfolg, die haben auch deutsche Artists mit an Bord und machen mit denen auch Sachen, auch eigene Reihen, auch abgeschlossene Sachen bereits inzwischen. Die kann man immer auch auf den Veranstaltungen antreffen, auf denen wir so unterwegs sind und das ist im Regelfall eigentlich ganz spannend, was sie machen. Unterschiedlichste Sachen sind dabei. Ich habe jetzt gelesen Shangri-La Frontier Band 1. Was gibt es bei dir, Patrick? Ich habe zwei Comics gelesen, also ich habe auch, nee, drei insgesamt, ich habe Shangri-La Frontier Band 1 auch gelesen, dann habe ich, ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus der Seen das höchste Level erreicht gelesen und meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Seite und kleine Korrektur, Tolino, das ist ein E-Reader, also ein spezieller E-Reader, den man sich kaufen kann. Sehr gut und das ist ja eine Menge. Was gibt es bei dir, Breedstorm? Ich habe mir geholt, Bist deine Knochen verrotten von Yui Utsumi. Klingt ganz spannend, da fällt doch schon mal auf, wenn wir hier so drüber gucken und da sind natürlich dann aber auch so Titel dabei, deren Namen ich kenne. Also hier ist dann beispielsweise auch so ein Goblin Slayer am Start, das hat man hier und da schon mal gehört, das ist eine Reihe, die ist ganz, ganz bekannt. Ich glaube, der Andi wollte sich ursprünglich einer Reihe namens Adu widmen, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, die ist auch nicht ganz ohne und die sind viele weitere Dinge dabei, die glaube ich echt eine Kundschaft haben. Lass doch mal erstmal bei deinem, wieder mal sehr langtiteligen Manga da anfangen, lieber Breedstorm. Worum ging es in deinem Manga kurz und knapp? Erzähl mal. Bis deine Knochen verrotten beginnt für mich, wie ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, denn wir sehen hier fünf Jugendliche in Japan, die sich jährlich wieder treffen an einem bestimmten Ort im Wald und dort dem Gedenken, was sie getan haben, denn sie haben einen Menschen umgebracht. Warum und weshalb wird im Laufe des ersten Bandes so ein bisschen eröffnet, nicht komplett, aber leider, leider, leider hatte ich zwischendurch eine Phase, nachdem das quasi im Bürolog eröffnet wurde, dass sie jemanden umgebracht haben, gab es eine längere Phase, wo die einfach so untereinander agieren. So der eine findet die toll, der nächste findet die toll, sie sind in der Schule, sie erinnern sich so ein bisschen dran und da war ich schon wieder arg gelangweilt von dem Ganzen. Da habe ich schon wieder immer wieder das Gleiche und die Gesichter sehen alle aus, als hätte man sie wirklich mit der Schablone gezogen sind, immer dieselben Archetypen, aber am Ende des Bandes wird es dann für mich nochmal ein bisschen interessanter, weil es wird nämlich ein wenig blutiger und da es der erste Band ist, werde ich das auch schon mal ein bisschen eröffnen, weil die Reihe geht ja danach wahrscheinlich noch 300 Bände weiter. Denn jemand hat das mitbekommen und der ruft die an und sagt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Nein, er sagt, ich weiß, dass ihr jemanden umgebracht habt und jetzt tut ihr mal was für mich und dann schickt er diese fünf Jugendlichen in eine Wohnung per Telefon und dort liegt eine ertränkte Leiche scheinbar in einer Badewanne und da sagt er, ja, ihr müsst was für mich tun, ihr müsst den nämlich mal anfangen zu zerstückeln und ihr portioniert den mir bitte in folgende Tüten rein. Dazu gibt es auch eine Anleitung, dazu gibt es ausreichend Werkzeug und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Also es ist schon so ein bisschen in Richtung Gordon nach der langen Phase der Langweile der sozialen Interaktion, wer braucht sowas schon, aber beim Thema Zerstückeln, da wurde es dann wieder einen kurzen Moment für mich interessant. Ich weiß nicht, ob ich da länger beibleiben würde bei der Reihe, aber es war zumindest nichts, was ich komplett ablehnen würde und das ist für mich als MMK, Manga Motzkopf, ist das schon ein gutes Achievement. Es werden insgesamt sieben Bände, habe ich hier gerade vor mir auf der Webseite, kann man das sehen, die Reihe ist bereits abgeschlossen und das finde ich tatsächlich ganz faszinierend, weil auf der einen Seite habe ich und ich habe einige Manga von Ultraverse in den letzten Monaten gelesen, auch in Vorbereitung für Interviews, immer so ein bisschen das Gefühl, es fehlt diesen Werken an einer zweiten oder dritten Ebene, es ist relativ deutlich, worum es geht und davon weicht man auch nicht großartig ab. Klar, man kann was reininterpretieren, aber es ist nicht so. Das scheint hier ja vielleicht auch der Fall zu sein, das kannst du gerne gleich beantworten und zum anderen auch dieser Genre-Mix. Ja, also dass wir sowohl diesen Gore-Aspekt haben, der sicherlich auch eine gewisse Faszination dann zufolge hatte und dann aber auch wieder den Teil, der dich halt so gar nicht anspricht, nämlich dieses ja untereinander agieren, coming of age, teen age, hast du nicht gesehen. Also nochmal zum ersten, die eine Frage, gibt es irgendeine Form von zweiter Ebene, die man darin finden kann? Also ich habe keine zweite Ebene gefunden. Ist schon mal schade, weil das habe ich in einem guten Erwachsenen-Comic nämlich gern. Und die zweite Die Frage ist, die Frage ist, ist es wirklich ein guter Erwachsener? Also klar, es werden Dinge zerstückelt, man sieht teilweise ein bisschen was expliziteres, aber vielleicht ist das auch wirklich wie andere Comics dann auf Jugendliche und Heranwachsende gestimmt. Und dass ich da einfach nicht mehr drin bin in diesen Dingen und dass das für die wahrscheinlich mega interessant ist zu sehen. Oh, ja, Yuzumi sieht so interessant aus heute und sie hat auch sehr wenig an, wie schön finde ich die doch. Und für die das vielleicht was ganz Spannendes ist. Mich langweilt das dann halt zum gewissen Teil. Ich mag es dann eher, wenn es so richtig auf die Zwölf gibt, wie zum Beispiel bei Royal Rumble zum Beispiel, da war ich sofort dabei und da geht es ja auch nur um Jugendliche, die sich gegenseitig zerstören, aber das geht von Anfang an eine Prämisse, ihr bringt euch alle gegenseitig um, voll auf die Fresse, natürlich auch soziale Interaktion, aber nicht dieses typische, ich gehe in die Schule und was sagt Otomi heute zu mir und wie ist der Lehrer nett zu mir. Ich kann das nicht mehr lesen, ich bin zu alt für die Scheiße, wirklich. Genau, das wäre nämlich so ein bisschen das, worauf ich hinaus will, ob das Portfolio oder zumindest das, was wir hier in dieser Aktion bekommen haben, einfach Manga waren für ein junges Publikum, für ein eben nicht erwachsenes Publikum, was ja völlig in Ordnung ist, nur das wäre so ein bisschen die Frage, ob das generelle Portfolio von Ultraverse sich halt einfach auch dieser Zielgruppe, die ja sehr umsatzstark ist, das ist ja wirklich nicht von der Hand zu weisen, ob die dann nicht letztendlich auch diejenigen sind, die diese ganzen Sachen ansprechen sollen. Dieser Genrewechsel, tut das dieser Reihe gut oder diesem ersten Band gut, dieses Hin und Her? Naja, es schwört dauernd im Hintergrund, dass da was passiert ist, aber wie gesagt, wenn du, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gesehen hast, dann weißt du auch schon ungefähr, wie das dann weitergehen wird. Bestimmt. Wenn du generell mal einen Horrorfilm gesehen hast, bestimmt. Ja, aber es ist genau dieselbe Prämisse eigentlich. Sehr gut. Patrick, dann mach doch mal weiter mit deinen Sachen, die du gelesen hast. Was gibt's denn da? So, ich hab, ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht. Das ist anscheinend eine Manga-Adaption. Es gab mal ein Buch mit diesem Thema, beziehungsweise wahrscheinlich mehrere. Und da geht es um eine gewisse Asusa, die hat 27 Jahre lang wirklich komplett gearbeitet, ist quasi zu Tode geschuftet und jetzt stirbt sie und wird als 17-jährige Hexe wiedergeboren. Also es ist das Ganze ein Isekai-Manga. Bei Isekai-Mangas ist es so, dass Leute in einer fremden Welt wiedergeboren werden oder aufwachen. Meistens sterben sie davor und wachen dann in einer anderen Welt auf. Und ja, jetzt macht sie eben das Gegenteil von dem, was sie davor gemacht hat. Also sie will so gar keinen Stress mehr und hat 300 Jahre lang im Prinzip nur Schleimmonster getötet. Es ist so, als würde Superman noch aufs Neuwelt abhängen und nur Holz hacken. In etwa so das Thema. Und ja, irgendwann spricht sich das herum, dass sie die mächtigste Hexe in dieser Welt ist und auf einmal stehen die Gegner da und wollen es mit ihr prügeln. Das ist im Prinzip daran die Prämisse. Und ja, es ist sehr, sehr lustig. Ich mag diese pazifistische Botschaft an dem Ganzen und vieles von dem Humor rührt daher, dass sie eben so gar keinen Bock hat zu kämpfen, aber dann steht zum Beispiel ein Drache vor der Tür und sagt hier, lass uns prügeln. Aber dann ab dem Ende vom ersten Band kommt dann noch so ein kleiner Twist rein, dass sich das Ganze über mehrere Bände quasi auch tragen kann. Also sie nimmt dann ab dem Ende vom ersten Band eine Mentorenrolle ein. Sie kriegt einen Lehrling. Weil ja, wir haben jetzt hier mittlerweile 13 Bände von dieser Reihe. Und da ist der Anstieg, der Preisanstieg sehr, sehr hoch. Ich sehe hier bei Amazon der letzte Band. Band 12 hat 8 Euro gekostet. Band 13 kostet jetzt schon 14 Euro. Der ist eine Light Novel, glaube ich. Ich glaube, Band 13 ist eine sogenannte Light Novel, also rein Text, glaube ich. Ach so. Ja, okay. Ich kann es auch nicht richtig erklären, wenn da nicht so drin. Aber vielleicht ist der, weil da steht auch Light Novel drauf. Das sind ja rein Text. Ich weiß auch nicht genau, was ein Light Novel ist. Das ist auch so ein Trend aus diesem Bereich, den ich noch nicht ganz verstanden habe. Aber ich glaube, das ist ein rein Textbuch. Warum das dann teurer ist? Keine Ahnung. Bezeichnet japanische Romane mit Illustrationen. Ich habe es gerade nebenbei gegoogelt. Ah ja, okay. Okay, dann ist da wahrscheinlich wegen dem Textaufwand der Preis. Ich verstehe. Guck mal, es gibt ja Band 12, nämlich einmal als Light Novel Band und einmal als Manga. Der Manga für 8 und die Light Novel für 14, dass die parallel erscheinen und dann halt sowohl als Manga als auch als Light Novel bei Ultraverse erhältlich sind. Ich glaube, das ist die Erklärung. Ja, okay. Das erklärt einiges. Der Manga kommt vermutlich immer leicht zeitversetzt nach der Light Novel. Ja, aber jetzt haben wir damit auch die Erklärung nebenbei ergründet. Cool. Ich fand das einen sympathischen Manga, der komplett das Gegenteil ist von dem anderen Manga, den ich dann nachgelesen habe. Und welcher war das? Das war meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Das ist auch ein Shonen-Manga und ein Isekai, also auch da stirbt jemand am Anfang und wird wiedergeboren. Nur stirbt dieser Satoru Mikani bei einem Amoklauf und die letzten Worte, die er zu seinem Kumpel sagt, ist, löscht die Dateien von meinem Computer. Also du merkst dann schon, okay, es geht schon ein bisschen mehr so in die perverse Humorrichtung. Gerade weil er dann denkt, ja, er ist jetzt seit 30 Jahren eine Jungfrau. Er wird bestimmt als weiser Magier geboren, aber nix da, er wird als Schleimklumpen wiedergeboren in einer anderen Welt. Und am Anfang kann er noch nicht sehen, er kann noch nicht großartig hören, aber mit jedem Monster, das er besiegt, absorbiert er dessen Fähigkeiten und entwickelt sich weiter. Das fand ich schon mal so einen netten Aspekt. Alle diese Mangas, die ich bisher hier aus der Reihe gelesen habe, hatten so einen leichten Gaming-Aspekt. Also, dass die Leute sich weiterentwickeln, hoch trainieren und so. Also er ist am Anfang ein blinder Schleim, später kann deutlich mehr. Ich finde dieses Weltenentdecken mit ihm auch recht interessant und es wird nachworten, haben wir es erwähnt. Oh ja, er ist ja so ein putziger Anteil-Protagonist. Ich hoffe, damit konnten wir kaschieren, dass da unsere Heldin der Reihe noch nicht aufgetaucht ist. Aber da kommt jetzt mal ein großer Kritikpunkt. Ich habe euch die Bilder geschickt. In Kapitel 6 stoßen dann Mädels dazu und ja, es ist natürlich, wie du es von so einem Manga gewohnt bist, es sind großbrüstige Mädels. Er sagt auch direkt, er hat das Gefühl, er kann alles bei ihnen sehen. Bei einer sitzt er dann seitenlang auf dem Schoß, die hält ihn dann noch so, dass sie aussieht wie so eine Schwangere, die gerade kurz davor ist, drei Drillinge auf die Welt zu bringen. Ich fand das ein bisschen seltsam, dann auch der perverse Humor, der dann immer mit wieder eingeflochten wird. Nicht, dass ich nicht gedacht hätte, aber ich dachte, okay, das ist jetzt euer Input, dass ihr die weiblichen Charaktere einführt und dann direkt mal so plump. Schwierig, aber trotzdem irgendwo noch sympathisch und keiner dieser Mangas hatte bisher eine zweite Ebene. Aber es scheint auch ein sehr, sehr beliebter, bekannter Manga zu sein. Anmerkung von mir, was ich bei dieser, wie soll ich das sagen, Sexualisierung da so ein bisschen auch erkennen kann, das war auch eine der ersten Szenen im Manga, den ich gelesen habe, der Junge träumt, also den Epilog quasi, wo die wen umgebracht haben und das erste, woran er dann denkt, ist eine Teigtasche, das liegt aber daran, dass er geweckt wird von einer Mitschülerin und der ihr einfach mal versehentlich im Schlaf offensichtlich, wie immer das gehen mag, bei der Dame, die ihn versucht zu wecken, an die Oberweite drangegriffen hat. Und ich denke so, Leute, wirklich, das ist jetzt, das ist, und da fällt es mir dann wirklich schwierig zu sagen, ja, ich muss das mal auf mich zukommen lassen oder so. Dafür, also ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich das in der Pubertät gelesen hätte, hätte ich gesagt, das ist ja das Genialste, was ich jemals gelesen habe. Endlich kann ich mir das alles so ein bisschen vorstellen. Aber darüber bin ich jetzt so ein bisschen hinaus und ich finde, dass manchmal in Mangas für mich, obwohl ich sicherlich kein Mensch von Traurigkeit bin in dem Bereich, finde ich das in der Darstellung doch ein bisschen schwierig. Ja. Ja, kann ich verstehen. Das ist wirklich arg sexualisiert. Aber ist natürlich auch Teil der Kultur dort vor Ort. Das ist ja so, auch bis ins hohe Alter in Japan, dass du da halt wirklich, das ist alles ein bisschen verklemmter, alles ein bisschen anders, Umgang Mann und Frau, das ist ja noch ganz, also wirklich einfach anders als hier. Ich denke, daran wird das einfach liegen. Ob wir das jetzt finden, keine Ahnung. Ich finde es eher schlimm, wenn dieses Bild von Beziehung oder von Mann und Frau zueinander, wenn das hier in einer jungen Generation Einzug halten würde, weil man das eben so aus diesem Manga beispielsweise kennt. Das fände ich eher schlimm. Und ich frage mich halt, ob, wenn ich jetzt hier als Teenager aufwachse in Deutschland und tendenziell da also offen und modern aufwachse, wenn ich das dann lese, mit wie ich das lese, lese ich das mit einem Iron, lese ich das ironisch, ironisches Lesen, gibt es das, geht das hier, mache ich das dann so? Weiß ich das zu schätzen als kulturelle Importware, die ich eben auch als solche betrachte und deswegen die Identifikation mit den Figuren natürlich immer auf Distanz irgendwie erfolgt oder nehme ich das voll und ganz auf und will das dann auch so leben und denken? Das frage ich mich halt so ein bisschen. Kann ich nicht beantworten. Was ich auch nicht ganz beantworten kann, ist die Frage, wie mir Shangri-La gefallen hat. Ich habe gelesen Shangri-La Frontier Band 1, den gab es da auch und es geht um den jungen Rakuro und Rakuro muss scheinbar nichts anderes machen als zocken und vor allem hat er sich auf die Fahnen geschrieben, er möchte gerne schlechte Videospiele zocken und das findet er total toll, weil darin dann zu rocken ist irgendwie genau sein Ding. Plötzlich gibt es aber dieses neue VR-Game Shangri-La Frontier, das ist so der neueste Blockbuster-Hit und er gibt dem jetzt halt mal eine Chance. Das heißt, er beginnt das Spiel, das ist eine Art Action-Rollenspiel, er stellt sich eine Figur, die total absurd aussieht, zieht er alle Rüstungen aus und versucht einfach und allein mit seinen natürlichen Skills in dieser Welt zurecht zu kommen und da jetzt irgendwas zu erleben. Es erinnert mich ein bisschen an einen dieser Manga, den ich hier zuletzt vorgestellt hatte bei den Comic-Cookies, frag mich bitte gerade nicht genau, welcher das war, aber da war, glaube ich, der David Filicki mitbeteiligt gewesen. Ach, den meinst du? Ja, das war ja auch so ein Videospiel-Ding mit so einem Dämon irgendwie, also es ist auf jeden Fall ein, Videospiele sind generell ein beliebtes Thema bei Manga für diese Zielgruppe und das Ding hier ist einfach ein Action-Manga, das ist kurzweilig ganz nett geschrieben, ist aber halt auch eigentlich null überraschend, weil der Typ halt immer mehr in dieser Fantasy-Welt entdeckt, dabei gibt es ganz viele Dinge, wie dass er irgendwelche Skill-Points vergeben muss, er muss irgendwie gegen große Gegner kämpfen, die viel zu krass sind, es gibt Special Events, die nur er als erster und einziger überhaupt wahrnimmt, es gibt einfach ganz viele von diesen, ja man nennt es glaube ich Tropes, die halt in Videospielen, in Rollenspielen insbesondere vorkommen, er muss Waffen craften, er muss mal grinden und genau diese Worte, die werden auch benutzt hier in diesem Manga, das ist ein Manga für Menschen mit einer gewissen, ja auch Zuneigung zu eben Videospielen und diesen Begrifflichkeiten, die da ständig genutzt werden. Es ist mir jetzt nach Band 1, habe ich das Gefühl, ich wüsste genau, was da entbandt und da gibt es ja einige schon inzwischen, 11 sehe ich hier gerade auf der Webseite, mir ist total klar, was da kommt, das ist einfach höher, schneller, weiter, krasser, geiler und ich sehe hier auf den Covern der anderen Ausgaben, dass da noch einige weibliche Figuren scheinbar auch plötzlich auftauchen, das ist jetzt noch nicht der Fall, dass da großartig weibliche Figuren eine Rolle spielen, sie werden also am Anfang mit einer angeteast, die vermutlich hinter der Maske einer anderen Figur hier steckt, dafür, da muss ich auch nur 1 und 1 zusammenzählen, dass das so kommen wird, es ist alles ganz nett, es ist alles ganz kurzweilig und es ist vor allem viel Action, aber es ist mir viel zu plump, es sieht halt schön aus, das ist wirklich so, also wenn da so ein riesen Wolf plötzlich vor einem auftaucht und der ist halt ein super krasser Gegner und viel zu krass auch und so und dann gibt es die Action-Szene, wo unser Protagonist ähnlich wie Son Goku da rumspringt und im Fliegen Dinge macht und so, das ist alles ganz cool, aber das das ist glaube ich, wenn ich das, ich fand damals Son Goku geil, ich habe davon mehrere Bände gelesen vor Jahren, als das mal relevant war, da hätte ich das jetzt, wäre ich jetzt so alt wie damals, würde das lesen, dann würde ich das auch geil finden, glaube ich, aber wieder hier, ich bin nicht die Zielgruppe, ich brauche das nicht weiterlesen, da ist, das ist mir auch nicht ab, auch vom Setting her, nicht abwechslungsreich genug, als dass ich da irgendeine längere Form von Faszination rausnehmen könnte, natürlich sind das Reihen, die auf Ewigkeiten angelegt sind, aber ich muss das, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich brauche Band 2 und 3 nicht lesen, um glücklich zu werden, schade, ist aber so, Patrick, jetzt hast du den auch gelesen, wie ich weiß, und du bist Videospiel-affin, wie hat es dir denn gefallen? Kleine Ergänzung, der Titel, den du vorhin gesucht hast, von David Fulecki, war Rise of the Reborn. Dankeschön. Und jetzt, Band 2 hing da sogar mit dran, bei der Leseprobe, ich habe das auch bei diversen Shops gesehen, das Shangri-La Frontier, Band 1 und 2 in so einem Package, lass mich lügen, 6 Euro oder so verkauft werden, dass du da erstmal angefixt bist, also vermutlich passiert am Ende des 2. Bands etwas. Naja, ich war auch nicht allzu angefixt, die Zeichnungen waren wirklich sehr, sehr cool, auch das Entenwesen, das erzockt, das ist wirklich sehr, sehr markant, und ich finde es schade, dass man aus dieser markanten Optik das nicht noch inhaltlich abgleicht, da nicht noch mehr Markantes rausholt, das war mir auch ein bisschen zu wenig, ja, geht da hin, kloppt sich mit dem Wesen, kriegt erstmal ordentlich auf die Schnauze, weil diese Leute, die sind in diesem Spiel wirklich sehr, sehr böse, muss man sagen, die lassen ihn alle wirklich ins Messer reinlaufen, er muss sich danach immer erholen, kommt stärker zurück und bolzt das Vieh dann eben weg und auch dieser angebliche Twist am Ende des 1. Bands passiert, das fand ich jetzt nicht wirklich so interessant, aber für Gamer könnte das wirklich sehr, sehr kurzweilig sein, weil, ja, ich hab das sehr, sehr schnell durchgelesen, nur je länger ich drüber nachdenke, desto übler kann ich den Comic zerdenken, so geil er optisch aussieht. Hübsch ist er ja, nichts anderes würde ich danach wollen. Und was, was ich auch einen coolen Einfall fand, es gab immer wieder so Einfälle, nachdem er da auf die Schnauze bekommen hat, dann gibt's so eine Seite mit einer Komplettlösung, also wo eben ein Charakter dann erklärt, so und so hättest du diesen Gegner besiegen, also diesen Komplettlösungseinfall, den fand ich super. Es gab immer wieder auch so nette Gaming-Verweise und Einfälle, die ich interessant fand. Nur, wie kann der die ganze Zeit nur vom Zocken leben? Sogar bei Sword Art Online wurde auch immer wieder das Privatleben dieser Figuren erläutert. Er geht, er scheint ja noch nicht mal aufs Klo gehen zu müssen oder essen zu müssen, er regeneriert sich nur, wenn er im Game quasi ein bisschen verkloppt wird. Ja, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen komisch, dass es komplett in dieser Welt stattfindet, fand ich auch komisch, also zumindest nach den ersten Seiten dann in dieser Welt stattfindet. Das hat mich wirklich auch irritiert, das kann ich nicht anders sagen. Ja, vielleicht kommt ja noch einiges auf uns zu. Wir machen jetzt, wir fällen jetzt teilweise vernichtende Urteile nach dem ersten Band, das ist vernichtend, das ist es ja auch nicht, aber schon negative Urteile nach dem ersten Band. Das ist natürlich unangemessen, klar, aber es hat jetzt auch scheinbar nicht geschafft, uns jetzt vollends reinzuziehen. Ich habe so den Eindruck, dass das, wie gesagt, das, was uns hier angeboten wird an diesen Lizenzprodukten bei Ultraverse, dass das halt Dinge sind für ein Publikum, das einfach noch nicht so viel gelesen hat, dass vielleicht er noch jung ist und das vielleicht andere Ansprüche, sag ich mal, an Geschichten hat, als wir die jetzt in den Raum stellen, was keine Wertung sein soll, sondern einfach versucht, eine Art objektive Feststellung, weil, wie gesagt, hübsch ist es und so, aber man hat dann auch das Gefühl, so ein ganz niegelnagelneuer Ansatz ist das jetzt nicht, wie wir in meinem Fall mit den Videospielen. und, ja, ich weiß nicht. Ich habe dabei noch, ich habe auch noch den Post offen, damals von X, den ich rausgebracht habe, wo ich noch scherzhaft gemeint habe, die Titel, die sind jetzt teilweise nicht ganz so einsprechend. Wir haben hier Titel, wirklich wie Verliebt denn mehr als dein Gesicht, Liebe mich noch bevor du stirbst, Liebe und Herz, meine manchmal etwas anstrengender Verlobte, meine ganz besondere Hochzeit, Einzeichen der Zuneigung oder du riechst so gut, das ist alles nichts, was mich ansprechen würde. Aber ich muss trotzdem noch, aber trotzdem, ich muss da eine Lanze brechen, als ich mit dem Kumpel auf der Animagic war, da haben wir Kieler und das letzte Geleit kennengelernt, das war so ein Comic, der war auch bei Manga Day vertreten, der hat mich ein bisschen mehr angesprochen, weil diese Künstlerin, die hat da auch quasi einen Tod verarbeitet, und der Manga hat da für mich eine etwas andere Ebene noch hinzugebracht, sei es der Umgang mit dem Tod, sei es die Einführung in eine andere Welt, das hat auf mich nochmal eine ganze Ecke besser und interessanter gewirkt, da hat mich auch die Leseprobe angefixt, dass ich dann den Kumpel gebeten habe, mir den Band, den er sich da gekauft hat, auszuleihen. Also da haben sie mich angefixt, ab und zu haben sie ja wirklich diese interessanten Titel. Es geht vielleicht nur etwas in der Masse und das ist wie mit einem Anime- oder DVD-Regal, wenn du da durchgehst, du wirst erstmal wirklich von dutzenden Titeln erschlagen und du müsstest dich da wirklich erstmal reinfriemeln, um da wirklich dieses richtig gute Zeug dabei herauszuziehen. Das ist vielleicht eher mein Problem, dass da von Ultraverse wirklich sehr, sehr viel rausgehauen wird und ich verstehe Joachim Kapps, der hat Naruto, Pokémon und Dragon Ball anscheinend nach Deutschland gebracht, dass er dann ein Gespür hat, was funktioniert und die Verkaufszahlen geben ihnen ja auch wirklich recht. Nur wir sind vielleicht nicht für alles da die angepeilte Zielgruppe. Ja, da war jetzt viel dabei auf jeden Fall. Also das ist Kayla und das letzte Geleit, das ist von der Susan Koskuh und das ist jetzt zweite Reihe bei Ultraverse. Die habe ich auch interviewt in Leipzig bei der Buchmesse. Das ist alles ganz interessant und kommt optisch auch sehr ansprechend. Ich sage mal so, hört mal das Interview rein. Ich glaube, da wird recht viel deutlich zu der Reihe. Wie sie mir gefallen hat, ich habe den ersten Band nämlich auch gelesen davon. Aber tendenziell muss man sagen, das ist halt überhaupt schon mal schön, dass die mit deutschen Artists zusammenarbeiten. Da ist viel gutes Zeug dabei. Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube Zuckerwasser war das genau. Zuckerwasser von Rakami. Die hat zusammen mit der Susan übrigens einen eigenen Podcast. Diese Kai hört gerne mal rein. Und das ist halt, das hat mir gefallen. Vielleicht auch ein Viertel zu lang, aber wunderschön, tolle Geschichte. Geht auch ums Verarbeiten von Vergangenem und kann ich wirklich empfehlen, werde ich auch nichts weiter dazu sagen, weil das wäre dann alles Spoiler. Es gibt ganz tolle Sachen bei Ultraverse im Programm. Bei den Sachen, die wir jetzt hier punktuell gelesen haben, sind die uns hier aber nicht ins Gesicht gesprungen. Und guckt doch eher mal bei den Eigenkreationen, Eigenproduktionen von Ultraverse mit deutschen Artists rein. Was quasi auch schon mein Fazit wäre. Breedstorm, wir haben jetzt viele Sachen gesagt. Kannst du auch irgendein vorläufiges, sehr allgemein ist wahrscheinlich, Fazit zu Ultraverse ziehen? Ja, das ist einfach nicht meine Art, was ich aktuell lesen möchte. Aber da kann der Verlag nichts dazu. Ich glaube, die sind sehr erfolgreich mit dem, was sie machen. Ja, auch diese schiere Masse, die der Pettig angesprochen hatte, gucken wir uns einfach mal CrossCult an. Was die da rausballern, ist ja nicht mehr feierlich. Es gibt unfassbar viel von diesem Manga-Kram gerade und für alles Zielgruppen. Jetzt gibt es gerade die Verlage, die Webtoon drucken, das Papertoon, das wir vorhin angesprochen hatten, und aber auch andere. Oder auch Manwa, das sind ja quasi Manga aus China. Da gibt es jetzt auch inzwischen mehrere Verlage, zum einen, die das exklusiv machen und zum anderen, die das auch irgendwo noch mit ins Portfolio reinpacken, das sie eh schon bedienen. Es gibt da richtig viel. Ich glaube, der Kulturpass war zumindest in diesem Bereich echt ein riesen Ding. Also wo junge Menschen, ich glaube, das hat man dann zum 18. oder so bekommen, keine Ahnung, quasi Geld in die Hand drücken, um es für Kulturdinger auszugeben. Davon haben es viele einfach in den Comicläden gelassen, was mich ja für zumindest diese Beteiligten alle freut. Da ist ein riesen Publikum, das habe ich gelesen, jeder vierte Euro, der im Bereich Manga ausgegeben worden ist und Comic, ist durch Social Media beeinflusst. Das heißt, also was wir hier gemacht haben, hat und umständlich dafür gesorgt, dass noch mehr von diesen Manga verkauft werden. Großartig. Patrick, dein Fazit, wie sieht wie folgt aus? Ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, aber ich bin auch der Meinung, gerade wenn hier deutsche Künstler supported werden, sollte man da mal zumindest reinlesen. Diese supporteden Inhalte stechen auch irgendwo dann aus der Masse heraus und haben einen emotionalen Impact oder irgendwas bei mir ausgelöst. Bei denen verstehe ich dann auch, wieso die dann gefördert wurden. Es erschlägt mich auch mit der schieren Masse, aber ich habe da ja zum Glück den Kumpel, den Ani mittlerweile auch kennengelernt hat, der mich dann immer wieder dann auf diese Tipps stößt und sagt, das hier solltest du lesen, das hier solltest du lesen, der wühlt sich für mich quasi durch die schiere Masse an Mangas und Animes, dass ich das nur noch spärlich tun muss. Verstehe. Sehr gut. Dann, liebes Publikum, haut doch mal in die Chatgruppen zum Beispiel oder eben auf Social Media raus, was ihr aktuell vielleicht auch im Bereich Manga lest, bei welchem Verlag erscheint, was könnt ihr uns alten weißen Männern empfehlen, die vielleicht dann doch noch mal ganz anders da Bock auf Sachen haben können, als es vielleicht junge Teens haben. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem endlich mal Akira beendet, alle sechs Bände. Ganz toll, echt viel Action, wunderschön, aber locker zwei Bände zu lang. Hätte man deutlich kürzen müssen. Das ist einfach nur noch wiederholend im letzten Drittel. Ja, so sieht es ein bisschen aus. Aber ich habe es gesagt, ich habe Akira negativ jetzt jetzt hier. Geil, ne? Leute, ist ein Traum. War schön heute wieder. Auch ohne Anhang geht das schon mal. Es ist fast wie eine richtige Folge Comic Cookies. Und es hat mir Spaß gemacht. Danke, Breedstorm. Danke, Patrick. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Pa. 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 Untertitelung. BR 2018